Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Podcast. Ihr seht schon, der liebe Fabi ist wieder bei mir, worüber ich mich sehr freue, denn unsere erste Runde ist ja schon super gut bei euch angekommen. Da auch an der Stelle vielen lieben Dank für das zahlreiche Feedback, was ihr da gelassen habt. Ihr habt euch mehr gewünscht und dem kommen wir natürlich gerne nach. Und in dem Zusammenhang sage ich, Fabi, herzlich willkommen. Ja, danke, Dendi. Freut mich, dass wir die Zeit haben, uns auszutauschen hier. Absolut. Bin gespannt, wo wir uns heute hintreiben lassen. Wir müssen uns immer so ein bisschen deckeln. Und haben gerade schon abgesprochen, so einen zeitlichen Rahmen ungefähr anzusetzen, weil bei uns kann das dann auch gerne mal ausatmen, was ich auch sehr begrüße. Aber wir wollen uns auch noch ein bisschen was für die zukünftigen Folgen aufheben. Von daher, lass uns doch mal gucken, in welche Richtung das geht, bevor es losgeht. Aber erstmal, wie läuft es denn bei dir in der Diät? Wir sind gerade beide in der Wettkampfvorbereitung. Bei mir geht es jetzt gerade los. Ich muss dir sagen, in jeder Diät kommt so dieser eine Tag, das kommt auch wirklich von heute auf morgen, und gestern war es bei mir soweit, wo ich mich unglaublich dämlich anstelle. Also ich lasse so mental sehr stark nach. Kalorien sind noch gar nicht so niedrig für meine Verhältnisse. Das geht eigentlich alles noch, aber mir fällt dann dauernd was runter. Oder ich lasse dauernd irgendwie was liegen. Also so Blödsinn, den man eigentlich vermeiden könnte. Das ist bei mir so gerade los. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also witzig. Ich wurde auch diese Woche ein bisschen kalt erwischt. Also ich habe jetzt auch meine eine Anpassung implementiert. Und eigentlich war die erst mal noch recht moderat. Das war jetzt die letzte Anpassung. Man hat noch ein paar Haribos, Postwork, die man rausschmeißen kann. Und noch ein bisschen mehr Aktivität und so weiter. Und du denkst dir so, ja, das ist jetzt eigentlich noch eine Anpassung. Die geht mir jetzt noch nicht an die Substanz. Und dann hat es aber außen nichts richtig eingeschlagen. Und da war jetzt auch eben der Struggle da, sage ich mal. Dass dann irgendwann wird es wieder hart. Und man weiß ja, dass es hart wird. Aber irgendwie wirst du doch in der Erwartungshaltung dann zu denken, so, ah, die eine Anpassung habe ich noch. Und danach heißt es dann beißen. Jetzt hieß es halt jetzt schon beißen. Was ich da auch gemerkt habe, ist, zwei, dreimal die Woche ein bisschen schlechter geschlafen. Und das macht sich für meine Diät sofort richtig, richtig stark bemerkbar. Voll. Ich war jetzt letzte Woche unterwegs auf meinem NRW-Trip und habe da auch einiges erlebt. Und das große Problem war, dass meine Schlafmaske kaputt gegangen ist, einen Tag vorher. Und dementsprechend hatte ich zwei Tage, musste ich zwei Tage ohne die Maske schlafen. Und was soll ich dir sagen? Also ich habe mich wirklich gefühlt wie der letzte Mensch, gerade bei so einem straffen Drehprogramm. Wenn du dann den ganzen Tag auf Achse bist, auch raus aus deiner Routine, ist ja sowieso mental alles schon sehr fordernd. Aber das war wirklich eine Herausforderung. Und ich war unheimlich froh, als ich das Ding dann wieder hatte. Hat sich auch gleich bemerkbar gemacht. Also auch gerade in dieser Schlafauswertung, siehst du ja immer, kannst ja schön nachvollziehen. Das war wirklich keine schöne Sache. Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch so ein Parameter, wo ich jetzt mittlerweile sage, Sachen wie nüchternes Cardio und diesen ganzen Kram, alles schön und gut, aber nur, wenn der Schlaf nicht drunter leidet. Weil du tust dir keinen Gefallen damit, wenn du irgendwie nur fünf Stunden schläfst, um dann dein nüchternes Cardio zu machen. Dann aber wie ein Zombie halt durch die Gegend kriegst. Dann würde ich lieber meine acht Stunden schlafen und das Cardio direkt nach einer Mahlzeit machen. Gar keinen Stress, als diese Schritte zu gehen, wo man so früher irgendwie so verbissen dran festgehangen hat. Nein, man muss das ja so machen. Da bin ich mittlerweile echt ein Stück weit, gut weites Stück von entfernt gekommen, um einfach sicherzustellen, Schlaf ist einfach die Sache. Ja, absolut. Also bei mir elementar fürs Hungergefühl. Also mein, ob ich wirklich jetzt ekligen Hunger habe, selbst in den letzten Wochen von der Diät oder nicht, hängt elementar eigentlich nur vom Schlaf ab, muss ich sagen. Und das ist, für mich ist es mit der Maske genauso. Ich dachte es mal vor kurzem, dass ich mir so, ah, irgendwie so, ich fühle fast, dass die Maske mir so ein bisschen viel Druck gibt halt. Ich versuche mal ohne einzuschlafen. Zehn Minuten versucht, ja, macht keinen Sinn. Also es ist für mich auch absolut essentiell. Und ich versuche es auch immer hochzufahren. Ich habe jetzt eine recht stressige Woche auf der Arbeit anstehen und weiß auch da, dass ich an einem Tag so ein bisschen die Entscheidung treffen muss, schaffe ich überhaupt mein ganzes Cardio und meine Schritte oder muss ich es eben opfern? Und da werde ich halt eben auch gucken. Vielleicht lasse ich es dann zu, dass der Schlaf irgendwo vielleicht irgendwo sieben Stunden statt acht sind oder sowas halt. Aber alles, was dann eben nicht mehr reicht, reicht eben. Ich muss jemanden an den anderen Tagen dann nachholen. Also da mache ich keine Kompromisse mehr genau wie du. Da bin ich auch in der Situation, dass ich immer mehr versuche, langfristig zu planen. Das heißt, ich nehme mir extrem viel Zeit für eine Vorbereitung jetzt mittlerweile und versuche dann auch gar nicht mehr gegen meinen Körper zu arbeiten sozusagen. Das heißt, wenn ich merke, es sind Umstände da, die ich einfach nicht richten kann, warum auch immer, dass es so ein Aufwand wäre, diesen Tag noch irgendwie rumzureißen, um im Plan zu bleiben, dass ich dann gegebenenfalls vielleicht auch mal sage, weißt du was, vielleicht esse ich heute sogar mal ein Plus, weil ich halt nicht die Aktivität drin habe oder 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 und sorge dafür, dass ich richtig gut schlafe heute und nutze einfach mal diesen Regenerationstag zwischendurch und lasse dann halt einfach einen anderen Refit dafür weg, so in dem Sinne. Statt mich jetzt sowas von zurückzumachen, nur um diesen einen Haken jetzt am Ende zu setzen, der dann aber gegebenenfalls vielleicht sogar dazu führt, dass die restliche Woche einfach total früh geht. Ja, absolut, absolut. Also da muss man echt aufpassen, dass man sich kein Loch reinreißt, und ich meine, man muss halt sagen, klar, für das Beispiel, was ich jetzt bringe, als Enhanced Athlete hat man vielleicht ein paar mehr Kapazitäten, aber ich meine, Studienlage mit Schlafmangel ist ja auch echt Wahnsinn. Also ich erinnere mich, es gab da ein Beispiel, da hat die Kontrollgruppe 8 Stunden geschlafen im Kaloriendefizid und die andere Gruppe 5 Stunden und das hat so ungefähr den Verlust von Muskelmasse zu Fettmasse. Also die 8 Stunden Gruppe hat ungefähr 80% Fettmasse, 20% Muskelmasse verloren und in der 5 Stunden Gruppe waren es dann quasi 80% Muskelmasse, 20% Fettmasse. Ja, und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Und da ist also... Deckt sich halt auch mit dem subjektiven Empfinden, ne? Also du fühlst dich auch dementsprechend, dein Training leidet und, 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 also das zieht halt zum Wartenschwanz. Ja, und gerade wenn du eben wirklich lean bist, das kennst du wahrscheinlich auch so, man hat so seinen Checkpoint morgens irgendwo im Badezimmerspiegel oder sowas, wo man dann schon erkennen kann, wie die Form an dem Tag ist und da weiß ich auch, wenn es eine schlechte Nacht war, muss ich es gar nicht bewerten. Also das ist, das ist, also, das ist einfach, ist einfach Gold wert. Und aber umso mehr, umso mehr ist es für jeden wichtig, das zu priorisieren. Und ich sage es auch bei den Leuten selbst, wenn ihr Familie habt, wenn ihr einen stressigen Alltag habt, es geht hier wirklich um jede halbe Stunde. Wenn du halt wirklich irgendwie nur deine 6 Stunden schaffst, weil alles voll ist halt, nur noch dein Training unterbringen willst, etc. Okay, aber dann schau auch wirklich, dass du abends nicht mehr die halbe Stunde am Handy rumdaddelst. Und genau das ist nämlich der Punkt, weil die meisten Leute, die dann sagen, ja, ich schaffe ja nur 5, 6 Stunden, hängen aber trotzdem abends noch 2 Stunden vorm Fernseher, so weißt du. Und da denke ich mir immer so, kannst du ja machen, ist ja völlig in Ordnung, aber dann beschwere dich auf der anderen Seite nicht. Also diesen Trade-off musst du halt schon umso machen. Ja, absolut, den muss man in Kauf nehmen, ja. Das ist, das ist... Wie sieht es im Studio aus? Geht es weiter nach vorwärts, auch wenn die Kalorien jetzt weiter sind? Ja, also Progression ist, ob Progression ist weitergegeben. Ich meine, so ein bisschen, so ein minimal, nach dem Trainingsvolumen nach unten angepasst. Einfach nur, weil ich jetzt gemerkt habe, es sind jetzt noch ein paar Wochen, die Regenerationskapazitäten sinken ein bisschen. Sicher nochmal ein Thema für später eben. Muss man auch mal gucken, wie gestaltet man die Intensität genau. Aber insgesamt, ich würde mal sagen, Progression ist weiterhin vorhanden. Es ist bei mir eigentlich auch wirklich so, dass man bis 2, 3 Weeks out geht. Solange ich die anderen Parameter alle aufrechthalte, geht es eigentlich auch weiter voran. Also ich bin selten irgendwo frühzeitig stagniert. Deckt sich auch mit meiner Erfahrung, ich mache sogar immer die, jedes Mal wieder die gleiche Erkenntnis, wenn ich in die Diät starke starte, steigt meine Performance erstmal schlagartig. Weil einfach auch dieses Nahrungsvolumen wegfällt, der Verdauungsaufwand von diesen Riesenmengen. Du verlierst unnötiges Körpergewicht, was dich nur träge macht und deine kardiovaskulären Fähigkeiten auch heruntersetzt und so weiter. Bei mir jetzt auch die mentalen, ihr merkt es, wie ich spreche, meine Eloquenz hat hart gelitten hier in den letzten Wochen. Seht es mir nach. Ne, genau, aber alles so Punkte, wo man dann schon eigentlich in der Diät, das Ding ist ja auch immer, viele ziehen ja wirklich erst in der Diät durch. Also da würde ich dich jetzt nicht einordnen in die Kategorie, aber so dieser typische Effekt, so ich wachse dann auch in der Prep und da geht es dann richtig ab, das ist dann meistens bei den Leuten so zu beobachten, die halt in der Off-Season das relativ stark schleifen lassen und dann halt in der Diät meinen, jetzt halte ich halt wirklich alles auf Anschlag. Natürlich funktioniert es dann erstmal so. Aber es ist ein absoluter Irrglaube, weil viele sich damit auch immer noch so zufrieden geben. Ja, ich bin ja in der Diät-Situation, ich kann jetzt nicht stärker werden oder meine Progression im Training muss ja leiden. Sollte es definitiv nicht. Ich bin völlig bei dir bis zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf. Sollte da auf jeden Fall noch alles noch rausgehen. Also es gibt nichts, was dagegen spricht. Ich glaube, was da auch vielleicht immer wieder so eine Fehleinschätzung der Menschen ist halt, das Schlimmste, was man machen kann, ist gerade in Endphasen von der Wettkampfdiät, das Volumen noch zu erhöhen. Also Krafttraining wird nie der entscheidende Faktor zum Kalorienverbrennen sein. Und ich merke es auch bei mir, mein Volumen ist jetzt tiefer denn je und ich merke jetzt keinen Unterschied, dass ich jetzt denke, oh, ich muss irgendwie mehr Schritte machen, mehr Cardi machen, weniger essen, weil mein Trainingsvolumen jetzt geringer wäre. Und gerade wenn der KFA runtergeht und dann im Prinzip auch Regenerationskapazitäten sinken irgendwo im letzten Drittel, im letzten Viertel der Diät, sollte man da sehr schlau mit umgehen. Aber andersrum kann ich dir voll zustimmen. Also ich bin der Meinung, wenn du wirklich ein schwerer Bodybuilder bist, aus einer langen Offseason mit elend vielen Kalorien kommst, das ist so ein entzündungsreicher Zustand, dass der Körper sich erstmal freut über alles, was weniger ist. Richtig, ja. Bei mir ist es tatsächlich jetzt gerade sogar so, in der aktuellen Situation, dass ich wieder so ein bisschen damit liebäuge, zweimal am Tag zu trainieren. Das habe ich in der letzten Diät, die komplette Vorbereitung und auch einen Teil der Offseason gemacht. Das waren gute anderthalb Jahre so am Stück, wo ich das sehr gewinnbringend für mich eingesetzt habe. Da hatte ich aber auch wirklich perfekte Umstände, muss ich sagen, mit Homegym und so weiter, dass ich wirklich nur von einem Zimmer ans andere bin. und so, das sind natürlich alles Faktoren, die da die Sache überhaupt erst so ermöglicht haben, das auch in einem vollen Umfang zu machen. Bist du schon in Berührung gekommen mit derartigen Systemen für dich selber oder auch für deine Kunden? Bist du jetzt noch gar nicht, nee. Also im Prinzip ist es bei mir so, also ich sage es mal, ich finde, es braucht sehr, sehr, sehr viel Präzision, um das zu managen. Und auch dann, also ich würde es aus meiner Sicht, wenn man es in unserem üblichen Schema an optimales Training drangeht, nur ich versuche sozusagen, also alle Faktoren anzuschauen, dann halte ich es einfach für sehr schwer umsetzbar, zumindest würde ich mal so sagen. Wie ist denn also, vielleicht aber erstmal, dass wir uns da auch eine Basis haben zum Austausch, also was würdest du denn jetzt gestalten? Also im Prinzip, wie würdest du es jetzt gestalten? Wie würde deine Woche aussehen, wenn du jetzt zweimal am Tag trainierst? Der Beweggrund, sage ich mal, erstmal, warum ich das Ganze gestartet habe damals, war, dass ich einfach zunehmend gemerkt habe, meine Einheiten sind einfach zu lang. Ich bin immer zweieinhalb, drei Stunden im Studio. Man macht es dann zwar irgendwo, weil es auf dem Plan steht, aber wie gewinnbringend sind dann wirklich noch diese letzten Übungen. Damals habe ich, ich glaube, das war auch so Push-Pull-Beine, irgendwie so einen Ansatz gemacht oder irgendeine Dreier-Split-Konstellation. Ich habe auch schon andere Dreier-Splits erfolgreich gefahren, die ich dann immer so ein bisschen rumgetauscht habe. Was ja aber immer dazu führt, dass Muskelgruppen wie gerade Schultern und Arme dann immer gerne hinten runterfallen. Was sich auch in meiner Optik wieder gespiegelt hat, weshalb ich dann auch irgendwann gesagt habe, warte mal, ich merke bewusst, dass diese Muskelgruppen zum Ende nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich benötigen würden. Bin aber trotzdem irgendwie in meinen Dreier-Split verliebt und will den halt weitermachen. Das funktioniert halt irgendwie nicht so. Und dann habe ich halt angefangen, diese Sachen auszulagern, dass ich halt zum Beispiel gesagt habe, ich mache jetzt hier keinen Brust-Schulter-Trizepstag mehr, sondern ich mache vielleicht am Vormittag Brust und Schulter und abends den Bizeps. Denn ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich weiß, das machen einige, auch der Lieber Roman macht das zum Beispiel so, oder hat das eine Zeit lang so gemacht, habe ich mal mitbekommen, dass er die gleiche Muskelgruppe am Tag zweimal trainiert hat. Da bin ich überhaupt kein Fan davon und habe auch sehr negative Erfahrungen damit gemacht. Habe ja auch viel rumprobiert und dann versucht, die Sache zum Laufen zu bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, das sind wirklich Überlastungserscheinungen, die kriegst du nicht weg. Weil wenn du wirklich Gas gegeben hast am Vormittag, da kannst du auch keine Pumpsetze am Abend machen. Weil oftmals wird das so verkauft, du sollst dann halt ein schweres Training am Vormittag machen und ein leichtes Training für die Muskelgruppe am Abend. Bei mir ist es schon daran gescheitert, dass ich zum Beispiel morgens Quadrizeps und abends Beinbeuger mache. Denn bei mir bedeutet ein Quadrizeps-Training irgendwie doch schon eine gewisse Belastung auf Gluteus und Beinbeuger, allein durch die statische und Haltearbeit und so weiter. Weshalb es da für mich überhaupt nicht möglich war, mehr als zwei, drei Wochen in Folge das zu machen, bis meine Strukturen sich völlig verabschiedet haben. Das heißt, ich habe dann eher so ein Antagonisten-Training gemacht, dass ich halt zum Beispiel morgens Brust, abends Bizeps gemacht habe. Das hat ganz gut funktioniert. Am Beintag habe ich grundsätzlich, bis auf diesen ersten Versuch in der Anfangsphase, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, das funktioniert nicht, habe ich dann die Beine komplett trainiert. Und am dritten Tag habe ich dann am Vormittag den Rücken trainiert und abends den Trizeps. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatz gewesen, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt wirklich darauf, dass meine Brust, vordere, seitliche Schulter noch dazu gepackt, damit die Einheit insgesamt jetzt nicht nur eine Stunde dauert, sondern irgendwo so anderthalb. Das ist so der Sweet Spot, wo ich sage, da kann ich Leistung bringen. Alles, was da drüber kommt, ist dann aber schon wieder so, dass es halt abflacht. Und dann abends habe ich halt auch noch kleinen Kram reingepackt, wie Waden oder Bauch oder so. Also diese typischen Muskelgruppen, die immer so gerne hinten runterfallen, die man dann am Ende noch so halbherzig macht. Und dementsprechend habe ich mir verschiedene Konstrukte gebaut, die dann auch sehr gut funktioniert haben. Meiner Meinung nach ist der allergrößte Fehler zwei Fehler. Die gleiche Muskelgruppe am gleichen Tag zu trainieren, das ist definitiv meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und der zweite Fehler ist, wenn man zweimal am Tag zu trainieren, dass die Leute davon ausgehen, dass man das doppelte Volumen macht. Man nimmt eigentlich nur die Einheiten, die man einmal am Tag machen würde oder das Wochenvolumen und teilt es auf diese Einheiten auf. Das heißt, die Einheiten sollen ja kürzer werden. Wir wollen ja die Trainingsqualität steigern und dadurch jetzt nicht noch verschlimmern, dass wir noch mehr machen. Weil wir sind schon drei Stunden im Studio sozusagen. Wir wollen jetzt nicht zwei Einheiten haben, wo wir drei Stunden da sind, sondern gegebenenfalls vielleicht auf anderthalb, anderthalb switchen, um einfach die Sessionqualität pro Einheit zu erhöhen. Das war so mein Beweggrund. Nee, verstehe ich auch nicht. Wenn man es macht, dann sicher nicht im Konzept, wie du es beschreibst. Also ich glaube, da muss ich auch eben sagen, also ich halte, ich sehe überhaupt gar keinen Sinn im Prinzip eben im Durchpumpen. Das vielleicht eben auch mal als kleines Randstatement da eben für alles ist. Ein Satz muss irgendwo zumindest nah, da reden wir später auch noch drüber, muss zumindest nah ans Muskelversagen gebracht werden. Ein Pump alleine löst kein Wachstum aus. Und das ist halt eben das, wenn ich da im Prinzip abends durchpumpe in Anführungsstrichen, dann erzeuge ich nur mehr Ermüdung bei wenig bis gar keinem Reiz. Und im Prinzip kann das auch jeder für sich ganz logisch ableiten. Das kann man auch genauso rausfinden. Weil wenn der Pump, egal ob es der Blutfluss oder die Akkumulation von Metaboliten, von Stoffwechselprodukten, Wachstum auslösen würden, dann müsste ich Bloodflow Restriction Training machen können, also im Prinzip mit meinem Arm abbinden. Und dann müsste der eigentlich wachsen, wenn ich ihn einfach nur abbinde. Weil in dem Moment, wo ich ihn abbinde, sammeln sich Stoffwechselprodukte und habe ich einen erhöhten Blutfluss in dem Muskel. Das passiert aber leider nicht, wie wir alle wissen. Und von daher will ich eben nie mit dem Durchpumpen gehen. Und ich sage es mal, wenn ich jetzt über zweimal Training am Tag nachdenke, also woher komme ich jetzt, dass ich sage, es ist sehr schwer zu gestalten. Ich gucke so ein bisschen auf, welche Prozesse werden ausgelöst und wie lange dauert es zu erholen. Und wenn wir jetzt im Prinzip da mal so auf der kürzesten Ebene einsteigen, Akkumulation von Metaboliten, von Stoffwechselprodukten, dafür machen wir eine vernünftige Satzpause, nach zwei, drei Minuten ist diese Akkumulation wieder weg. So, das hat sich erledigt. Der entscheidende Faktor ist im Prinzip für mich erstens, wie viel Muskelschaden lösen wir aus in der jeweiligen Einheit? Im Prinzip muss man dann eben sagen, es ist eine Entzündungsreaktion und je stärker diese Entzündungsreaktion ist, umso stärker wird danach eben auch, umso länger wird die Erholungsphase ausfallen. Wir können das im Prinzip da drin sehen, man kann das messen, dass wenn man ein Low- und High-Volume-Training macht, wir können heutzutage jetzt Muskelproteinsynthese, können wir nicht unterscheiden, ob sie zum Muskelaufbau oder zur Muskelreparatur benutzt wird. Wir können nur messen, wie lange sie erhöht ist. Und je mehr Volumen ich mache, umso mehr kann ich sehen, auch in Studien, dass die Muskelproteinsynthese länger anhält bei gleichem Muskelwachstum. Was eben sagt, gut, okay, je mehr ich mache, umso länger dauern die Reparaturarbeiten. Gleichzeitig ist es dann eben auch so, je länger es geht, also im Prinzip, je länger die Einheit ist oder je intensiver ich die Übungen mache, habe ich noch den Prozess, dass im Prinzip Zytokine, also im Prinzip Entzündungsprodukte im gesamten Körper unterwegs sind. Und was das eben machen kann, ist, dass unsere Perception of Effort, sagt man dazu immer in der Fachliteratur, also die wahrgenommene Anstrengung steigt. Und der limitierende Faktor zur Muskelrekrutierung ist immer, immer auch der limitierende Faktor zum Muskelversagen, wird immer sein, dass man im Prinzip das maximale wahrgenommene Level seiner Anstrengung erreicht. Deswegen kann man ja auch die Intensität immer weiter steigern, weil es eben im Laufe der Trägungsregel auch nach oben geht. Und ich sage es mal, wenn man jetzt nicht mit sehr schonenden Übungen, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel am Erstbrust trainieren würde, dann wäre ich zum Beispiel schon mit Drückübungen besorgt, weil ich mit Drückübungen ja automatisch in eine recht gedehnte Position komme sozusagen. Dass ich damit im Prinzip schon Entzündungsprozesse lokal als auch systemisch auslöse, die mein Training abends beeinträchtigen können. Aber man muss natürlich auch sagen, wir reden jetzt hier auch von den letzten Prozent der Optimierung. Und es ist sicherlich machbar, aber ich würde aufgrund dieser Faktoren, dass man es in meinen Augen nicht schafft, es so zu gestalten, dass die erste Einheit noch einen Regenerations-Overlap auf die Abend einheit hat quasi. Da würde ich so ein bisschen die Begrenzung sehen. Interessante Punkte, weil ich habe das bis jetzt immer nur durch meine Brille gesehen natürlich so. Und rein von der praktischen Seite, weil gerade in diese Richtung findest du kaum Literatur. Jedenfalls nicht unter unseren, ich sage mal, in jeder anderen Sportart wird zwei-, dreimal am Tag trainiert im Leistungsbereich. Das ist völlig normal. Da herrschen natürlich aber auch ganz andere Belastungsszenarien, als es bei uns jetzt der Fall ist. Deshalb ist es da unglaublich schwierig, sich in die Richtung theoretisch mit Wissen zu versorgen. Deswegen ist da diese Praxis so entscheidend. Deswegen war ich halt gespannt, was du dazu sagst, ob du da vielleicht schon Berührungspunkte hattest. Weil genau diese ganzen Erkenntnisse, weil sonst sagt dir halt jeder. Also wenn du das einfach mal googlest und mal guckst, wer was schon so gemacht hat, hörst du halt immer diese typischen Pläne, morgens Brust, abends Brust so ungefähr. Wo ich dir halt sagen kann, das merkst du schon nach einer Session, dass das nicht funktionieren wird. Dementsprechend bin ich da natürlich auch immer heiß auf neuen Input in die Richtung. Von daher, falls jemand da draußen das Ganze für sich gewinnbringend anwendet, haut es gerne mal in die Kommentare, wie euer Ansatz da aussieht. Würde mich mal riesig interessieren, dass man das vielleicht ein bisschen weiterentwickeln kann. Weil es einfach so ein Thema ist, was halt einfach für die wenigste Anwendung findet, was auch irgendwo verständlich ist. Aber denke ich, eine Sache ist, die in gewissen Szenarien, wie eine Vorbereitung zum Beispiel, wo jetzt wirklich alles darauf ausgelegt ist und sag ich mal, die infrastrukturellen Geschichten jetzt ins Studio zu kommen und so weiter überhaupt kein Problem sind, dass man dann halt sagen könnte, man könnte halt vielleicht schon was rausholen. Weil, wie ist es bei dir? Du fährst einen Dreier-Split. Ich fahre einen Dreier-Split, aber ich muss dir sagen, ich bin sogar fast geneigt, ich werde es in der Prep nicht machen, ich bin sogar fast geneigt, auf einen Upper-Lower-Split und Off-Season zu gehen, muss ich sagen. Aber im Moment fahre ich jetzt einen Dreier-Split, also das ist quasi daneben immer Push, Legs, Pull, Off, Repeat. Und selbst da ist das Volumen, sag ich mal, schon wirklich sehr, sehr, sehr gering gehalten. Aber ich denke also, was man eben sagen muss ist, wenn man es machen möchte mit zweimal am Tag Training, dann im Prinzip im von dir beschriebenen Konzept und dass man da eben auch wirklich gut aus Volumen, gut aus der Regeneration schaut und ich glaube, es braucht auch eben jemanden. Es braucht dafür einen Athleten, der reingehen kann und nach der ersten Session, nach der ersten Woche, nach der zweiten Woche merkt, regeneriere ich das, fühlt sich alles so an, wie es soll, komme ich da eben hinterher. Das eben auch wirklich dann kritisch zu monitoren, zu gucken, stimmt die Provision, stimmt meine Erholung oder leidet irgendwas darunter. Das ist dann eben immer der entscheidendste Faktor zum Erfolg, um zu gucken, funktioniert das Programmdesign. Was mich jetzt zum Beispiel interessiert hätte, gerade für einen weit fortgeschrittenen Athleten wie dich, hast du nicht manchmal das Gefühl, auch wenn dein Volumen insgesamt sehr überschaubar ist, gerade in der jetzigen Situation, dass gewisse Körperpartien schon leiden oder dass du es auch vielleicht bewusst so steuerst, dass du sagst, gewisse Stärken setzt du dann ans Ende, weil du diese gar nicht überbetonen musst. Genau, also ich würde quasi immer, also ich gehe beim Dreier-Split jetzt, gehe ich quasi wirklich danach, dass ich eben sage, ich priorisiere die Übungsreihenfolge, was ich auch für mit, also neben der Übungsauswahl, die Übungsreihenfolge für den absolut elementarsten Part, weil eben gerade diese systemischen Entzündungsprozesse dafür sorgen, dass die Übungen, das heißt, sechs Übungen im Plan haben, dann wird die sechste Übung einen Bruchteil des Reizes auslösen vor der ersten Übung. Und dann stellt sich natürlich auch eben wieder die Frage, trainiere ich den Muskel zum Beispiel direkt am Anfang vom Training in der gedehnten Position und verursache jede Menge Schaden, dann mache ich den Prozess hinten raus noch schlimmer sozusagen. Also wenn ich jetzt bei der ersten Übung eben anfange, ich mache eine Übung in der gedehnten Position, mache am besten noch zwei Restpausen hinterher und noch zwei Force-Refs mit einem Partner, das ist das beste Rezept, um alle folgenden Übungen weitaus ineffizienter zu machen. Und ich starte halt zum Beispiel seit jeher zum Beispiel den Pull-Tag halt eben mit Bizeps. Schränkt mich nicht ein, kann danach Zughilfen benutzen, aber so versuche ich es eben immer dann passend zu priorisieren, sage ich mal. Interessanter Ansatz, was gleich wieder jetzt Türen in alle möglichen Richtungen eröffnet, wovon wir uns weiterentwickeln könnten. Was mich dahingehend zum Beispiel interessieren würde, wie du das handhabst, Schwachstellen oder auch Stärken zu managen in der Programmvorteilung. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst weiß, okay, ich habe eine Partie, die in Anführungszeichen hinten runterfallen kann, bei mir wäre das jetzt, sage ich mal, so der Beuger, da verzichte ich zum Beispiel jetzt, um ein Beispiel aus der Praxis zu nennen, auf genau diese Übungen, wie du gesagt hast, zum Beispiel verstärkte, gedehnte Positionen, wie gestrecktes Kreuzheben, sehr viel systemische Belastung und so weiter, was für mich überhaupt nicht im Verhältnis steht für diese starke Muskelgruppe, weshalb es für mich okay ist, nach einem langen Beintraining dann noch ein paar Beinkürze zu machen, in Anführungszeichen. Das wähle ich dann bewusst so. Das ist dann meine Strategie, diesen Muskel trotzdem noch weiter zu trainieren und auch frequent und intensiv zu trainieren, aber natürlich schon mit einer gewissen Vorbelastung. Das heißt, wäre dein Ansatz jetzt zum Beispiel, da gibt es ja auch die wildesten Ideen, man hört dann manchmal so Sachen wie, ja, dann trainier den Muskel nur noch alle zwei Wochen oder trainier die Hälfte des Volumens oder trainier ihn nur noch mit hohen Wiederholungszahlen. Da gibt es ja die möglichsten Ansätze, um zu sagen, okay, ich trainiere diesen Muskel weniger oder sagen wir insgesamt zusammengefasst mit weniger Belastung. Am Ende kommt im Prinzip das gleiche Ergebnis bei raus, weniger Belastung für diesen Zielmuskel. Wie handhabst du das, um da trotzdem noch so einen Konsens drin zu haben, dass es weiter nach vorne geht, nur halt in einem reduzierten Umfang, als es jetzt für Schwachstellen der Fall ist? Also ich würde sagen, es würde jetzt für mich von der Dimension der Stärke abhängen, weil ich glaube, es gibt wirklich Athleten, bei dir ist es ja der Beuge, der wirklich unglaublich dominant auch ist. Und da würde ich sagen, also Erhaltungsvolumen, wenn man sich anguckt, das kann man auch in der Literatur hin, dass man irgendwo sagt, Erhaltungsvolumen liegt ungefähr bei einem Sechstel bis einem Achtel von dem, was nötig war mit dem Muskel aufzubauen, sozusagen. Also wahrscheinlich wäre ich da im Szenario echt so, dass ich sagen würde, hey, zwei Sätze Beinbeuge am Ende vom Training oder sowas halt eben in die Richtung. Das muss man aber auch abstufen, wenn man jetzt eben sagt, einfach nur, man hat einen etwas stärkeren Muskel. Ich sage mal zum Beispiel sind es bei mir jetzt die Schultern, die eigentlich immer gut mitwachsen. Dann integriere ich das Schultervolumen schon noch relativ normal in den Push-Tag, starte aber mit Brust und Trieze, was für mich wichtiger ist. Und dann weiß ich zum Beispiel, Schultern sind eine Stärke, wachsen auch gut mit, aber sind jetzt nicht so, dass ich sie nicht mehr berühren kann oder sollte halt. Und dann sage ich halt eben zum Beispiel, hey, anstatt eben zum Schluss nochmal eine schulterische Variante zu machen, mache ich eben eine Schrägbankvariante. Dann weiß ich, meine vordere Schulter hat noch genug mitbekommen, aber trotzdem verschiebe ich das Volumen passend. Also es ist für mich auch so eine Abstufung davon, wie viel kann man sich leisten. Aber ich würde schon in die Richtung gehen, wenn man eine wirklich starke Stärke hat, dass man es schon sehr, sehr gering halten kann. Bin ich voll bei dir, aber ich höre auch raus, du würdest trotzdem jetzt keinen extrem niedrigfrequenten Ansatz oder ähnliches vorziehen, weil ich bin zum Beispiel der Meinung, selbst wenn ich nur einen Satz mache, mache ich den lieber etwas frequenter, um auch alleine die Koordination und diese Bewegungsmuster und so weiter aufrecht zu erhalten, statt jetzt zu sagen, ich finde mich alle zwei, drei Wochen wieder eine Übung rein, die ich schon wieder ewig nicht gemacht habe und bin dann extrem effizient. Absolut, absolut. Und vor allem muss man eben auch sagen, immer, ich meine, wenn wir über Trainingsvolumen sprechen, dann würde man auch immer sagen, wenn ich in der Lage bin, einen Satz pro Woche progressiv zu machen, wird der Muskel wachsen. Und dann geht ja nur irgendwann das Volumenspiel los sozusagen halt. Mit zwei Wechsel besser, mit drei Wechsel besser, irgendwann kommt man eben an die Grenze. Aber was da auch im Prinzip so die mir bekannte Datenlage ist, um den Hypertrophiereiz für einen Muskel von einem Satz zu verdoppeln, brauchen wir sechs Sätze. So, und das heißt ja auch für mich, wenn ich jetzt den Muskeln, und das spricht ja auch für dich nichts dagegen, wenn der Beuger doch zumindest ein bisschen noch, also wenn er nicht so bleibt, vielleicht ein paar Prozent hinterherkommt, aber dafür halt eben langsamer als der Rest. Warum nicht den maximal effizienten Reiz, was eben dieser eine Satz dann in dem Sinne ist halt, mehrmals Sätzen, anstatt seltener drei oder vier Sätze zu machen, die aber dann quasi in der Summe der einen Einheit ein geringerer Reiz sind als der frequentere Reiz. Also das, wie gestaltet, also das heißt, wie sieht jetzt dein Beuger-Volumen aus? Also wie viel machst du denn jetzt im Moment pro Woche zum Beispiel oder pro Session? Sechs Sätze pro Woche. Das sind dreimal zwei Sätze mit verschiedenen Beinkurl-Variationen. Stehende Curls, sitzende Curls und entweder liegende oder Gluten-Race, je nachdem in welchem Studio ich bin, ist im Prinzip das gleiche Bewegungsmuster so von der Sache her. Genau, in die Richtung läuft das hinaus. Damit fahre ich soweit gut, dass ich schon das Gefühl habe, ich mache Fortschritte, aber es ist halt überhaupt nicht ermüdend. Also wie gesagt, wir reden wirklich von sechs Sätzen Curls so in dem Sinne und das alles sehr stabil, abgestützt, isoliert, dass da jetzt wirklich überhaupt keine große Belastung anfällt. Was mich aber zu einem... Nee, sag ruhig. Hat mich gerade auf eine weitere Idee gebracht, auch ein interessantes Thema, das Mindestvolumen für einen adäquaten Reiz pro Session. Das heißt, es gibt natürlich diese Volumensbetrachtungen, die immer auf die Woche fokussiert sind, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen jetzt mal diese typische Zahl, immer so diese zehn Sätze, von zehn bis zwanzig wurde mal geredet, ist sicherlich für einen Trainingsanfänger auch irgendwo richtig, können wir uns jetzt erstmal drauf einschießen, um dieses Beispiel weiterzuspielen. Sagen wir mal, wir bräuchten, oder wir machen es noch einfacher, wir bräuchten sieben Sätze pro Woche. Du weißt schon, worauf es hinausläuft. Würdest du es für sinnvoll halten, oder unter Umständen, wenn alle anderen Parameter stimmen, dass ich mit dem Einsatz pro Tag den gleichen Erfolg habe, als wenn ich das zum Beispiel auf zwei, drei Einheiten die Woche aufteile, dass der Reiz, die Reizdichte pro Einheit höher wird? Also du meinst, ob es einen Unterschied macht, ob man das gesamte Volumen quasi an einem Tag macht, oder ob man es auf mehrere Tage verteilt. Ja. Genau. Wie weit kann man dieses Extrembeispiel sozusagen spielen? Gibt es einen bestimmten Punkt, dass man sagt, ein Einsatz reicht nicht, ich bräuchte schon zwei, drei, damit der Reiz so überschwellig ist, dass das auch einen gewissen Effekt hat? Oder würdest du sagen, nein, es ist wirklich die Akkumulation über die verschiedenen Tage? Also ich würde sagen, man kann, man kann nicht quasi in einer Einheit den Reiz setzen, wie wenn man den gleichen Reiz sozusagen über mehrere Einheiten verteilt. Und was man da eben immer sehen muss, sind Regenerationskapazitäten. Wenn man da jetzt mal, das gab ja diese Datenlage, das wurde auch mal irgendwo publiziert, von wegen, ja, eben hier sechs Sätze pro Woche oder dreimal zwei Sätze zum Beispiel kommt aufs Gleiche raus. Was man da aber sieht, und das ist eben das Problem, sowas sind immer Durchschnitte. Das heißt, du hast dann bei denen, die sechs Sätze pro Woche machen, wir reden hier einfach von Genetik, du hast manche, die wachsen davon unglaublich gut, du hast manche, die wachsen unglaublich schlecht, und dann hast du eben die Mitte sozusagen. Und das Gleiche hast du auch bei den dreimal zwei Sätzen pro Woche. Aber letztendlich von dem, was ich gerade gemeint habe, dass man im Prinzip weiß, dass wir brauchen sechs Sätze, um den Reiz von einem Satz zu verdoppeln. Dann sagt mir das eben auch, wenn ich meinen Reiz effizient setze, dann ist es sinnvoller, den öfters pro Woche zu setzen. Aber da stellt sich halt eben die Frage auch hier, wie viel Schaden löse ich aus? Weil im Prinzip das beste Beispiel für mich, wenn ich Übungen habe, die stark in der verkürzten Position sind. Das beste Beispiel für mich ist eine Glutbridge. Also für jeden, der es nicht auf dem Schirm hat, ist im Prinzip die obere Hälte von dem Hip Truss. Also wirklich nur die Gluts in die Kontraktion drücken. Das habe ich jetzt beim Dominik Wojvart gemacht, weil der ein bisschen Glutfokus hat. Und im Prinzip kann man da eben sagen, das löst so wenig Schaden aus, wenn ich zum Beispiel vier Sätze Glutbridge mache und man sauber eine Wrap in Reserve beim ersten Satz lässt, dann hast du vier Sätze lang keinen Performanceverlust. Dann hast du vier Sätze lang, bewegst du exakt das gleiche Gewicht auf exakt die gleichen Wiederholungen, weil du einfach wirklich gar keinen Schaden verursachst. Und das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel was, solche Übungen, wenn man in so einem Szenario trainieren kann, die könntest du die Woche auch mit zwölf oder sechzehn Sätzen spammen, wenn es wirklich eine signifikante Schwachstelle ist, ohne Schaden auszulösen. Wenn ich jetzt aber ein RDL oder irgendwie eine Beinpresse mache oder sowas halt einen ballerigen Gluter eben weg, dann kann es gut sein, dass ich im Prinzip dann nach einem Tag mit vier Sätzen schon mal erstmal bedient bin mit der Regeneration für vier, fünf, sechs Tage. Was heißt, ich habe im besten Fall einen gleich guten Reiz gesetzt, aber kann ihn weitaus später widersetzen. Und deswegen will ich die Frequenz immer bevorzugen. Und das ist auch der Hauptgrund, ehrlich gesagt, warum ich über Upper Lover nachdenke. Das ist der Hauptgrund dafür. War der Split, der mir immer am meisten Spaß gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Bizeps immer an den Beintag gepackt, weil der Oberkörpertag dann einfach für mich persönlich mit meiner Übungsauswahl immer ein bisschen lang wurde und der Bizeps das Beintraining vorneweg überhaupt nicht beeinträchtigt und dann halt auch dementsprechend die Aufmerksamkeit abbekommt, weil ich halt eher eine Arm als eine Beinschwäche habe. Aber im Großen und Ganzen war das der Split, mit dem ich die meiste Muskulatur je in meiner Laufzeit aufgebaut habe und der vor allen Dingen auch den größten Spaß macht. Und deswegen, das will ich auch mal testen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch was für mich. Also bei deinem Gedanken mit zwei Trainingsessions zum Beispiel würde ich eben gucken halt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir einen Bizeps hätte, dann könnte ich mir durchaus überlegen, halt eben vielleicht nochmal an einem freien Tag dann eben zum Beispiel nochmal drei, vier Sätze Bizeps reinzunehmen, wirklich in einer verkürzten Position, ohne jetzt großartig Schaden zu erzeugen und zu sagen halt. Das wäre dann so ein Szenario, wo ich es eben noch dann auch mir gut vorstellen könnte. Aber es ist natürlich unglaublich fein, fein teile ich das so vom Programm zu designen vielleicht. Ich meine, ich würde auch mal vielleicht so ein bisschen eine Brücke machen. Wir haben ja ein Q&A aufgemacht und eine vielleicht recht passende Frage dazu ist auch, woran merkt ihr je Übung oder Muskel, wann zu viel Volumen gemacht wird beziehungsweise wann ihr noch einen Satz mehr machen würdet? Willst du mal einsteigen? Ja, super spannend. Da zählen so viele Sachen mit rein. Der allererste, den ich auf jeden Fall immer erstmal im Auge behalten würde, wäre die Progression von der Einheit zur anderen. Denn die Empfindung im Training kann einen doch erheblich täuschen. Also dieses subjektive Empfinden habe ich schon genug gemacht. Wenn ich zum Beispiel wenig kontraktionsbasierte Übungen ausführe, werde ich bei weitem immer nicht so dieses Empfinden haben. So der Muskel ist voll, der ist voll gepumpt. So dieses typische Empfinden, wo die Leute immer auf der Suche nach sind. Ich werde auch gleich mal nicht da machen. Tageslicht abgeschmiert. Hier, noch geht's. Dementsprechend, wenn du dein Programmdesign so gestaltest, dass du zum Beispiel sehr viele verkürzte Positionen drin hast und sehr wenig Kontraktionsarbeit, wirst du innerhalb der Trainingsession wahrscheinlich erstmal nicht so die Belastung spüren, aber danach halt umso doller. Das heißt aber im Training, wenn ich dich jetzt fragen würde, Fabi, wie sieht's aus so? Hat der Training heute reingehauen? Bist du am Limit? Geht da noch was? Würdest du wahrscheinlich sagen, so nö, Pump ist noch nicht maximal. Also dieses subjektive Belastungsbefinden ist noch nicht da. Und da ist es jetzt, denke ich, sehr, sehr gefährlich, nur auf die Session zu gucken, sondern ich würde immer ins Verhältnis setzen, das Empfinden in der Session, das Empfinden nach der Session und vor allen Dingen auch dann dieser Progressionsgedanke, wie verhalten sich denn meine Kraftleistungen? Dass man das immer so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Statt jetzt nur auf ein Parameter zu gucken und zu sagen, ja, mein Pump war jetzt nicht gut, ich muss nächstes Mal mehr machen. Und dann, dieser Pump, die du schon anfangs gesagt hast, und das sollte man wirklich sich auf die Stirn tätowieren, der muss halt nicht da sein. Ich hab wirklich, bei mir ist das Brusttraining immer so ein gutes Beispiel, wo ich halt auch sehr viel mit verkürzten Positionen arbeite, Schrägbandkurzhantel, Multipresse, diese neue Gymneco-Presse, die im Sitzen, ich weiß nicht, ob du die schon mal ausprobiert hast, die ist wirklich Gold wert, die macht die so schwer in der Dehnung so und wird dann vorne richtig schön leicht. Also das komplette Programmdesign ist im Prinzip darauf ausgelegt, diesen verkürzten Bereich maximal auszuschlachten, weil der für mich sehr gewinnbringend ist. Weil ich das festgestellt hab, so mit der Übungsauswahl. Was aber überhaupt nicht dazu führt, dass ich da mit einer vollen Brust aus dem Training rausfüge. Gar nicht. Also dieses typische Gefühl, der Muskel ist voll, der Muskel ist zugepumpt, hab ich überhaupt nicht. Was natürlich jetzt erstmal verlockend wäre, zu sagen, ach komm, ich hänge irgendwie noch ein paar Sätze Butterfly oder irgendeine Isolationsgeschichte ran, die mir dementsprechend dieses Empfinden geben würde. Aber mein Logbuch sagt mir ja ganz klar, halte dich an diesem Fahrplan und das funktioniert ziemlich gut und du steigerst dich. Von daher wären das so Warnfaktoren, wo ich auf jeden Fall sagen würde, Vorsicht, nicht nur nach diesen Empfinden gehen. Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, wenn, für mich wäre auch der Hauptfaktor, also im Prinzip, wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Sessionvolumen gesprochen, aber der Hauptfaktor wäre für mich eben auch Progression. Und man könnte jetzt das Spiel spielen, was ich gar nicht spiele, zu sagen, hey, ich mache so lange einen Satz mehr, bis die Progression anfängt zu hängen, aber das ist auch akkumuliert, das weiß ich jetzt auch nicht, okay, ist das ein Satz oder zwei Satze zu viel. Ich persönlich würde immer sagen, solange die Progression da ist und ich ein ausreichendes Volumen habe, was für mich selbst drei, vier Übungen, äh, drei, vier Sätze pro Muskel in der Session sein können halt. Wenn es dann eben noch vorwärts geht, gibt es für mich keinen Grund, jetzt signifikant mehr zu machen. Und dementsprechend würde ich eben auch sagen, Progression ist der allerwichtigste Faktor. Und wenn alle anderen Faktoren stimmen, man schläft genug, man isst vernünftig, man isst sich in einem krassen Kaloriendefizit ähm, und man macht keine Progression mehr, dann ist in meinen Augen, in 99% der Fälle, wenn die Frage eine Volumensanpassung ist, dann ist in 99% der Fälle weniger und nicht mehr die Antwort. Richtig, bin ich voll bei dir. Und das Witzige ist ja auch immer, dann kommen natürlich die Experten, die dann wieder sagen, sie versuchen das Maximum rauszuholen. Das heißt, was ist denn, was bedeutet denn Progression? Gibst du dich mit einer Wiederholung oder einem Kilo mehr Procession zufrieden oder willst du halt mehr so in dem Sinne? Aber ich sag mal, gerade auf unserem Leistungsstand bist du mit diesem einen Kilo oder mit dieser Wiederholung zufrieden. Und die Frage ist jetzt, wie viel mehr könntest du denn rausholen? Gerade wenn man bedenkt, wie viele Regenerationsparameter wir ja schon maximieren in der jetzigen Situation und, und, und. Das heißt, da kann man ja sozusagen in unserem Leistungsstand mehr oder minder schon froh sein, wenn man pro Session wirklich diese Progression hält. dann ist gar nicht mehr so die Betrachtung, ich will jetzt noch mehr rausholen, ja, also du wirst jetzt nicht mehr diesen Anfängerstatus haben, ich steigere mich pro Session irgendwie um fünf Kilo oder drei Wiederholungen oder so. Das passiert so ganz, ganz selten mal bei neuen Bewegungsmustern, wenn die Koordination nachkommt oder so, aber nicht so auf einer Routinebasis, wo du deine Übungen Woche für Woche abspielst in den gleichen Bewegungsmustern und, 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 unter den gleichen Standardisierungen, vor allen Dingen auch, da kommt wieder die Web-Quality. Also all diese Parameter, wenn du die wirklich aufrechterhältst, dann sei froh, wenn du die steigerst, genau wie du sagst und versuch da nicht noch noch mehr zu machen, sondern du hast anscheinend den Punkt gefunden, wo es nach vorne geht und den würde ich dann auch dementsprechend halten. Ja, absolut, absolut. Und ich meine, ich kann es auch aus der Praxis sagen, also wenn ich jetzt gucke, mein Beintraining heute sind, das ist jetzt quasi alle vier Tage, es sind zwei Sätze Beuger, zwei Sätze Strecker, zwei Sätze Waden, ein Satz Hack-Squad, ein Satz Glut-Hammer-Race, ein Satz Adduktor. So, that's it. Und könnte ich jetzt vielleicht noch hier und da einen zweiten Satz verkraften oder einen dritten Satz oder wie auch immer. Vielleicht ja, ist aber für mich vollkommen irrelevant, weil ich weiß, dass der Reiz für mich in der Summe der Dinge vollkommen ausreicht. Und nicht, weil ich jetzt denke, ich muss so wenig wie möglich, so viel wie nötig oder sowas machen. Nein, darum geht es nicht, sondern dass man eben irgendwann merkt, dass die Qualität vom Reiz eben einfach viel, viel elementarer ist, als da jetzt dieses Spiel zu spielen. Weil man wird nie den perfekten Punkt treffen und man muss da eben auch immer noch zu sagen, was ist denn das Übungsdesign? Du wirst mit einer unilateralen Übung immer noch eine höhere Aktivierung im Zielmuskel haben. Das heißt, ich weiß, du musst mal beim Beinbarger sitzen, musst du ja auch, glaube ich, auf unilateral umsteigen, weil der Stack halt nicht reicht. Bei mir ist es tatsächlich eher, weil ich nicht in das Gerät reinpasse, weil der Jim 80 Beincurl zum Beispiel der Sitzende, der ist so schmal vom Polster und meine Beine drücken durch die Adduktoren halt sehr aus. Also ich bin halt immer an dieser Stellung. Ich muss mich ja aber so ausrichten, also jetzt auf meine Arme, da siehst du schon, ich muss mich extrem verbiegen so. Und damit ich halt mich überhaupt so an dem Gerät ausrichten kann, um da keinen Schaden und Schwerkräfte zu provozieren, mache ich es dann halt einbeinig und setze mich sozusagen schräg rein, dass mein Bein aber zumindest gerade mit dem Polster verläuft. Sieht immer witzig aus und die Leute gucken auch immer, was ich da mache und ja, funktioniert, ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Und das sind ja wieder so Takeaways, ich meine, das sind so viele Feinheiten vom Programming, aber alleine schon unilateral, du hast eine höhere Aktivierung im Zielmuskel, weil quasi nur die Hälfte der Muskel aktiviert werden muss sozusagen halt. Du wirst mit der unilateralen Übung immer mehr Aktivierung, aber auch mehr Regenerationskapazitäten verbrauchen, als wenn du sie bilateral machst. Und alleine schon das zum Beispiel, bei mir sind eben, Beuger und Strecker sind immer, oder auch Waden sind immer unilateral, weil ich halt eben der Meinung bin oder auch der logischen Überzeugung, so mehr pro Satz rausholen zu können. Ist es jetzt jedem sein Bier? Ich sage es mal so, viele tun sich sehr schwer, sehr viel unilateral zu machen. Ich halte es absolut, gerade bei Fortgeschwindigkeit, für einen sehr hilfreichen Way to go. Ich würde auch so sagen, also um es zusammenzufassen hier, also ich würde, ich würde nicht auf der Suche sein, ob ich mehr machen kann, wenn mein aktueller Plan mir Progressionen liefert. das wäre, glaube ich, die einfache Antwort von mir. Ja, und ich würde halt, wie gesagt, noch mal zufügen, diese vorsichtig sein, nicht unbedingt täuschen lassen von der Empfindung. Das geht halt in beide Richtungen. Ich habe nicht genug Pump, muss nicht unbedingt heißen, ich habe nicht genug gemacht. Das liegt vielleicht einfach nur an der Übungsauswahl. Und genauso sehr kann auch die Belastungsempfindung nach dem Training täuschen. Wenn ich zum Beispiel sehr starken Muskelkater habe, weil ich eben entsprechend in einem gedehnten Bereich mein Programm gestaltet habe, dass ich mich da sehr viel aufhalte, kann das natürlich zu einem starken Muskelkater führen, der unter Umständen nicht mehr heißen muss, dass ich nicht regeneriert bin. Ich kann auch schon wieder leistungsfähig sein und meine Leistung toppen. Das geht auch mit Muskelkater. Da haben immer viele noch so einen, langfristig kenzelt sich das dann wieder so aus. Aber es gibt definitiv Einheiten, wo man noch ein bisschen verkatert reingeht, dann aber feststellt, dass die Superkompensation schon längst stattgefunden hat und man dementsprechend leistungsfähiger ist. Und das ist halt so dieser schmale Grad, das zu erkennen. Das können immer Indikatoren sein, während des Trainings und nach des Trainings, die so Hinweise geben können, aber halt nicht in jeder Situation. Von daher wäre auch dieser Progressionsgedanke für mich absolut Nummer eins an erster Stelle, wonach ich handeln würde. Ja, also sehe ich. Aber vielleicht, wenn du das Q&A schon aufgemacht hast, dann hau gerne noch ein paar Fragen raus. Auch an der Stelle vielen lieben Dank an alle, die sich da beteiligt haben, uns hier noch ein bisschen Input zu geben, weil dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Wir gucken uns auch immer so ein bisschen durch unsere Fachbrille und manchmal ist es auch wieder ganz gut, so einen Input von außen zu haben, auch gerade vielleicht von jemandem von einem Trainingsstand, der ein bisschen erst am Anfang seiner Karriere ist, um einfach auch wieder auf neue Gedankengänge zu kommen, weil manchmal ist man schon wieder so eingefahren und eingespielt in seinen Mustern, dass mir das immer extrem hilft, auch wenn ich mit anderen Leuten trainiere oder so, dann einfach wieder neue Sichtweisen zu bekommen und mal über Sachen anders nachzudenken. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, ich habe noch so ein paar Fragen, die logisch ganz gut anknüpfen, was ich aber auch noch gerne sagen wollte zum Thema Pumpen. Also auch für jeden, der zuhört und für jeden, der jetzt vielleicht noch dachte, der Pump ist hier was Wichtiges. Also es ist für mich schon wichtig zu wissen, wenn ich trainiere, habe ich ein gutes Kontraktionsgefühl? Bin ich ausreichend hydriert? Habe ich genügend Salz im System? Ich benutze auch einen Pumpbooster, weil ein bisschen Pump immer cool ist. Also es ist auch vielleicht immer für jeden wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass der Pump irgendwas Schlimmes oder Schlechtes ist. Im Gegenteil, dass man eine gute qualitative Muskelkontraktion, ein gutes Gefühl der Muskelkontraktion ist schon ein Leistungsindikator. Es geht nur darum, eben mit der Gestaltung seines Trainings nicht den Pump zu verfolgen. Das ist eben das Thema, um das einfach mal so abzuschließen, da von meiner Seite. Was da vielleicht auch ganz gut reinpasst in genau diesen Gedankenstil, wie regelmäßig sollte man seinen Trainingsplan ändern? Nach Lust und Laune jeden Tag. Am besten immer das Gerät machen, was gerade frei ist. Man sieht es immer wieder. Man sieht dann aber auch immer wieder die Leute im Studio, die da schon auch seit 10 Jahren rumrennen und halt immer noch genauso aussehen wie vor 10 Jahren und genau sich deshalb irgendwie fragen, ob sie doch noch nicht den heiligen Gral gefunden haben und was du halt gemacht hast, dass es nicht funktioniert. Training ist ab einem gewissen Punkt irgendwo langweilig von der Struktur her. Wenn du erstmal deine Parameter gefunden hast, wie sich das Ganze einhält, solltest du daran festhalten, so gut du kannst, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich deine Regenerationskapazitäten durch welche Umstände auch immer so stark ändern, dass das halt noch wieder einen Impact auf deine Programmgestaltung haben sollte. Das heißt, langer Satz, viel gequatscht, was bedeutet das auf Deutsch? Finde das, was für dich funktioniert in Form von Volumenprogrammgestaltung, Übungsauswahl und, und, und. Das ist so ein Bild, was mit der Zeit immer feiner wird. Du startest erstmal irgendwo, du wählst dir irgendwie einen Split, du wählst dir irgendwie ein Trainingssystem, was dir erstmal zusagt, probierst das so ein bisschen durch und ich habe immer schon ganz oft gesagt, das richtige Trainingssystem sucht man sich nicht aus, sondern das sucht einen selber aus. Weil du wirst ganz schnell Erfahrungen machen in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Systemen oder Trainingsstilen, wo du merkst, mit dem einen wirst du vielleicht mehr warm als mit dem anderen, da kommst du besser mit klar, kannst deine Belastung besser steuern und so weiter und dann ergibt sich so ein immer feineres Bild, wo du am Ende landest und das funktioniert dann in der Regel dann über eine gewisse Zeit ziemlich gut und das sollte man dann dementsprechend auch ausschlachten, nicht wieder von diesem System abzuweichen, wenn man dann einmal diese wertvollen Parameter für sich gefunden hat, sondern wirklich lange daran festhalten und dann versuchen auch diese wirklich auszureiten, indem man dann wirklich Woche für Woche diese Mikroschritte macht und da auch jetzt wieder, ich habe es früher selber den Fehler jahrelang gemacht, du hast mal einen guten Tag, du fühlst dich gut, dann gehen halt mal 10 Kilo mehr auf die Stange und nicht 1 Kilo mehr, wie es eigentlich geplant war, das klappt dann auch in dem Training, nächste Woche hast du wieder das Nachsehen, also das sind halt so diese Learnings, die halt irgendwie mit den Jahren so kommen, aber das wäre so mein Standpunkt, wie sieht es bei dir aus? Also ich würde sagen, wenn man einen guten Plan hat, der funktioniert, also in Englisch habe ich mir jetzt gerade gedacht, so drive it until the wheels fall off, wenn es funktioniert, mach es so lange, wie es geht, das ist aber auch eine vollkommen individuelle Sache, also ich würde immer hier sagen, also ich halte Periodisierung für vollkommen unnötig, also ich halte, was ich für nötig halte, ist eben, wie du auch gesagt hast, Reaktion auf Lebensumstände, kann man auch sagen, steigt mein Stresslevel temporär an, habe ich irgendwas zu tun, gibt es irgendeine Stressfaktor, der mich auf einmal zwingt, einfach nur zwingt, egal was ich tue, 6 Stunden statt 8 zu schlafen pro Nacht, wird das einen Einfluss auf mein Training haben, aber mal angenommen, ich habe konstante Umwelteinflüsse und einen konstanten Standard der Regeneration, der Ernährung etc., dann würde ich immer sagen, solange bis du keine Produktion mehr erzielst und ich sehe es auch, ich sehe es auch bei Kunden, das ist vollkommen individuell, bei manchen, also ich würde auch immer nicht von Planändern sprechen, zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, ich habe einen guten Split, dann würde ich auch immer nur erstmal von Übungen, die stagnieren, sprechen und was ich dann immer so meinen Leuten als Richtige mitgebe, ist, wenn eine Übung das dritte Mal unter guten Umständen stagniert, also ihr habt geschlafen, gegessen, regeneriert und so weiter und das Ding geht überhaupt nicht, nicht mehr Qualität, nicht ein Wrap, nicht ein Kilo, dann kann man austauschen und dann würde ich auch immer nur eine Übung im selben Bewegungsmuster austauschen, Schulter drücken, Multipresse an die Maschine verlegen, sowas in die Richtung zum Beispiel und dann sehe ich Leute, die haben zwei Monate den Plan, danach muss man mich hier unter anfassen, ich habe aber auch tatsächlich einen, der jetzt seit, glaube ich, fast einem Jahr exakt den gleichen Lagday fährt und da jede Woche aufs neue Progression hinlegt, warum soll ich was ändern und in dem einen Jahr habe ich auch Dinge dazugelernt, die ich jetzt vielleicht etwas anders gestalten würde, wenn ich ihm seinen nächsten Lagday schreibe. Aber warum soll ich es denn jetzt machen? Es ist doch, wenn es jetzt immer noch läuft und es jetzt nichts in dem Lagday ist, was ich jetzt heute gar nicht mehr so machen würde, warum soll ich mir das Feintuning für den dann nicht aufheben dafür, wenn es nötig ist? Also, auch wieder lange Ausführungen. Ich sage mal, in 90% der Fälle ist dieses, meine Übung stagniert, ist einfach zu lösen mit einem Reset, mit einem Technik-Reset. Super. Weil meistens kommt dieser Punkt, ich steigere mich nicht mehr, dass man so lange gesteigert hat, ohne eben entsprechend diese Wrap-Quality gleich zu halten, dass man dann an den Punkt kommt, wo es so sloppy wird, so von der Ausführung, dass man dann dementsprechend nicht mehr akkurat arbeitet, der Reiz nicht mehr überschwellig genug ist auf wirklich die Zielmuskulatur und dementsprechend natürlich auch keine Anpassungsgeschichte mehr stattfinden. In 90% der Fälle ist dieses Problem gelöst, indem du die Übung einfach komplett beibehältst, wieder 20 Kilo zurückgehst und dich wieder von neuen hoch arbeitest und das Ganze nochmal standardisierst. Dann geht es auf einmal wieder weiter. Vielleicht sollte man sich dann einfach nochmal an die Nase fassen, habe ich dann wirklich zielgerichtet genug gearbeitet, um diesen Muskel mit dieser Übung auch zu überlasten oder ist das vielleicht sogar eher so ein Umstand, ich wollte einfach zu viel oder ich bin mit meinen Wiederholungsbereichen zu niedrig gegangen, wo es jetzt nicht mehr zielführend war oder oder oder. Ich wollte jemanden im Studio beeindrucken oder so diese ganzen Sachen. Das würde ich erstmal abklären, weil das habe ich unglaublich oft gesehen, dass das dann tatsächlich die Ursache war, aber falls es wirklich eine Ursache geben sollte, dass die Übung nicht läuft, dann bin ich auch voll bei dir. Ähnliches Bewegungsmuster finden, zum Beispiel die Schrägbank Multipresse gegen die Kurzhant enttauschen beim Brustraining oder so, ähnliche Bewegungsaplituden finden, die den gleichen Zweck erfüllen, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen und dann halt einfach so austauschen, dass man da neue Progressionsmöglichkeiten hat, was ja auch mehr oder minder immer mit so einem Technik-Reset einhergeht, weil man steigert sich ja erstmal wieder ran. Also es geht dann so ein bisschen wieder Hand und Hand. Ja, mit dem Technik-Reset hast du einen super, super Punkt gebracht. Also das sehe ich auch ganz genau und das gibt es auf allen Niveaustufen. Bei einem weniger Fortgeschrittenen kannst du die Nötigkeit des Technik-Resets auch stärker erkennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, wenn ich jetzt Progression erziele, dann komme ich auch an den Punkt, wo ein Technik-Reset nötig ist, aber du würdest es von außen wahrscheinlich gar nicht sehen. Du würdest einfach nur in mir und da rede ich jetzt nicht von krampfhaftem Fokus auf meinen Muscle-Connection, aber ich bin wirklich nur noch darauf konzentriert, quasi das Gewicht zu bewegen, habe aber nicht mehr sozusagen diesen internen Fokus, den ich haben möchte. Und das sind dann zwei, drei Prozent Projektur vielleicht von außen, aber trotzdem funktioniert das auch schon als Technik-Reset quasi. Und das würde ich also würde ich auch absolut in meine Aussage noch integrieren, zu sagen, wenn es stagniert, Technik-Reset nochmal antesten und wenn du dann wieder am gleichen Sticking-Point bist, dann weißt du auf jeden Fall, dass es Zeit ist zu tauschen. Ja, ich kann nur aus meiner Praxis berichten, ich mache das regelmäßig. Immer wieder, wenn ich so dieses ungute Gefühl habe, ich war nicht zufrieden mit der Satzqualität, da müsste dementsprechend jetzt wieder, ich habe das Gewicht vielleicht sogar die vorgegebenen Zielwiederholungen geschafft, aber nicht mit der Ausführungsqualität, die ich gerne hätte, dass ich dann halt bewusst nochmal sage, ey, nächste Woche wieder einen Schritt zurück, weiß nicht, zehn, 20 Prozent nochmal runter und dann wirklich wieder mit den perfekten Umständen hocharbeiten. Und genau das hat mich mehr nach vorne gebracht als alles andere. Immer wenn ich so versucht habe, an Gewicht festzuhalten, auf Krampf, mehr Gewicht zu bewegen, weil man will irgendwie, oder, oder, oder und versuchst den auf Teufel komm raus zu erreichen, wirst du es nicht schaffen. Aber auf der anderen Seite, wenn du wieder einen Schritt zurück gehst, diese emotionale Bindung vielleicht löst und dich wieder sauber hocharbeitest, ist der Reiz dann wieder so überschwellig und zielgerichtet, dass du es dann halt doch in diesem Bereich schaffst. Also es ist so ein bisschen zurückgedacht, du musst halt wirklich erstmal diesen, so doof es klingt, einen Schritt zurück, um dann wieder zwei nach vorne zu machen und von dem her mache ich das wirklich auf regelmäßiger Basis, auch wenn du genau richtig erkannt hast, jeder andere, der zuschaut, würde sagen, so sieht doch aus wie immer. Was hast du denn? Stell dich nicht so an. Aber das eigene Empfinden ist halt nochmal was ganz anderes von der Ansteuerung auch so, und welche Zielmuskeln du bewegt hast. Ja, absolut. Absolut, also sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da ist vielleicht auch noch, wir bekommen ein bisschen eine philosophische Frage hier, aber ich finde es auch ganz gut, von wo ist man getrieben? Hat Jordan Peters mit seiner Art des Hit die letzten Jahre den Trainingsstil maßgeblich geprägt? Vielleicht auch mal ganz interessant, ich weiß von dir, wo so deine ersten Einflüsse herkamen, die extern waren und nicht nur die eigenen Erkenntnisse. Jetzt muss man wieder aufpassen, was man sagt, oder wie man es sagt. Jordan Peters war ein sehr, sehr wichtiger Einfluss für meine eigene Trainingsgestaltung. An dem habe ich wirklich einige Jahre lang richtig geklebt und habe da wirklich alles aufgesogen. Und wie immer, mit jedem, es ist auch bei dir so, es ist auch bei mir so, jeder sagt mal irgendwo was Schlaues, jeder sagt aber auch mal irgendwo was, was nicht zutreffend ist auf deine eigenen individuellen Umstände. Und bei Jordan Peters war es dann schon so, dass da auch diese emotionale Bindung, die ich gerade so angesprochen hatte, mit bestimmten Übungen oder Kraftwerten oder so weiter, hat dann schon auch oft dazu geführt, dass ich Gewicht bewegt habe, um Gewicht zu bewegen. Weil du dich halt auch davon beeinflussen lässt und das, du weißt selber, wie es ist, so die Leute, mit denen du dich, sage ich mal, am meisten umgibst und sei es auch virtuell, weil du halt einfach den ganzen Tag wie am Handy so konsumierst und mehr Zeit mit Jordan Peters online sozusagen verbringst als mit deinen Freunden im Wohnzimmer, wird Jordan Peters höchstwahrscheinlich einen größeren Einfluss auf deine Lebensgestaltung haben als deine Kumpel. Und dementsprechend war es bei mir so, was dazu geführt hat, dass ich verhältnismäßig stark geworden bin in einigen Bereichen, auf der anderen Seite aber nicht diese muskulären Zuwächse hatte, wie ich sie gerne gehabt hätte und dass ich meine Körperzusammensetzung sehr unausgeglichen entwickelt habe. Also nicht dieser typische Bodybuilding-Look, große Schultern, große Arme, diese wichtigen Partien, sondern wirklich eher dieser Kühlschrank-Look. Wie gesagt, Jordan ist ein super Typ, schätze ich sehr, Wahnsinnsleistungen, an die ich wahrscheinlich nie rankommen werde, aber trotzdem muss man natürlich sagen, er verkörpert auch nicht das Schönheitsideal von einem Bodybuilder, was man sich jetzt so unbedingt vorstellt. Und das sind halt auch eins zu eins Spuren seiner Trainingsgestaltung und ich bin mir ziemlich sicher, er steht da auch drüber, der sagt wahrscheinlich nicht, ich finde das Training so geil, ich nehme lieber dieses Training mit und trainiere so und nehme dafür in Kauf, jetzt nicht ein super Profi-Bodybuilder zu sein und verbaue mich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich denke, das hängt eins zu eins miteinander zusammen. Ich habe sehr weit ausgeholt, die Frage war eigentlich, ob er es geprägt hat. Ja, allgemein nicht unseren, sondern den Trainingsstil, ja, genau. Den Trainingsstil. Ja, die Frage ist jetzt auch immer wieder, wie definiert man Hit? Heutzutage wird immer alles, was irgendwie mit Intensität in Verbindung gebracht wird, gleich als Hit bezeichnet. Was ist denn das eigentliche Hit? Mike Menzer Hit zum Beispiel, das kennen die Leute ja gar nicht mehr so. Also der eigentliche Ursprung des Systems und was das eigentlich bedeutet, so ist ja komplett abseits von dem, was Jordan Peters macht eigentlich so. Heutzutage ist Hit halt so ein Sammelbegriff irgendwie so für verschiedene Sachen, die man so irgendwie damit assoziiert. Aber keiner ist sich so richtig sicher, was ist denn jetzt eigentlich Hit? Mache ich jetzt zwei Sätze, ist das automatisch Hit? Oder trainiere ich jetzt nur noch mit sechs Wiederholungen, ist das Hit? Oder wie siehst du das? Also ich finde, da ist die Wahrnehmung heutzutage extrem unterschiedlich. Ich würde erstmal an dem Punkt ansetzen und auch sagen, wenn ich hiervon spreche, das ist mir sowas von egal, ob ich das Hit nenne oder Fabian-Huber-Training oder sonst sowas halt. Es ist auch kein Low-Volume-Training, es ist Training im Rahmen meiner Regenerationskapazitäten. Und wenn ich das so faktisch sagen darf, ist halt eben einfach das regenerierbare Training bei sinnvoller Übungsauswahl und bei hoher Intensität eben eher in einem Volumenrahmen von Hit, sage ich mal. Das könnte man so sagen. Aber ich würde ihm, das ist für mich kein Titel, weil ich das mal, ob ich da jetzt irgendwo mehr oder weniger Sätze mache, kriege ich den Titel nicht. Aber zum ersten Teil, ich hätte mich gerade, ich hätte es gerade schon wieder so feiern können, ich hätte es mit Jordan Peters nicht passender beschreiben können. nicht passender beschreiben können. Der erste, ich habe vorher von DC-Training und Co. gehört, ich habe das mal von den ganzen Origins, sage ich mal. Aber das war das erste Mal, dass ich so richtig da eingetaucht bin. Es war der erste, für mich, sage ich mal so, Thinking Man's Bodybuilder, das erste Mal, dass ich mich wirklich eben mit jemandem beschäftigt habe, der sich Gedanken darum gemacht hat. Damals noch ganz am Anfang auch auf der App drauf gewesen und so weiter. Also für mich auch ein riesen Einfluss gewesen. Absolut. Inzwischen würde ich auch sagen, in einigen Dingen habe ich mich aus seinen Perspektiven abgewendet. Ich habe es jetzt gerade wieder aus der Praxis gesehen, als ich es mit Dominik Wolfert das Programming gemacht habe und er hatte ein Density Day drin. So, und das ist ja so ein bisschen eben auch Jordan Peters Origin. Und wenn du dich als fortgeschrittener Athlet ins fucking Nirvana schießen willst, dann machst du RDLs und Pendleros und schweres Rudern und am besten noch eine Pendelungssport, alles an einem Tag. Da kannst du dir ein Loch reinreißen, das holst du mit restlichen Einheiten der Woche, egal wie moderat die sind, nicht mehr wieder rein. Und das sind halt eben so Dinge, wo ich jetzt sage, hey, um dein Leben in jeder Einheit, wo es nur irgendwie möglich ist, Stifflex oder Kreuzheben zu machen oder sonst sowas, gehe ich absolut nicht mit, dass das irgendwie halt eben das Ding ist. Aber wie du sagst, er lebt da eben auch einfach sein Ding und geht da eben seinen Weg und ist jetzt ja auch so im letzten Jahr so diesen Weg gegangen zu sagen, hey, ich sage überhaupt nichts für wissenschaftliches oder durchdachtes, sondern ich erinnere mich einfach mal wieder jetzt dran zu ballern. Ist er in der Summe der Dinge ein guter Einfluss auf die Szene, denke ich, ja. Hat er den Trainingsstil maßgeblich geprägt? Ich würde sagen, in UK viel, viel mehr als hier. Ich glaube hier, hier, ich glaube deswegen machen wir auch diese Aufnahme und deswegen kurze Erinnerung für jeden, der jetzt immer noch zuhört, ballert das in die Kommentare, wenn ihr es feiert. Deswegen machen wir ja auch im Prinzip das hier, um mal Trainingskultur nach Deutschland zu bringen. Ich würde sagen, Trainingsstil, Trainingskultur, wie es das in UK zum Beispiel gibt, gibt es hier in dem Sinne nicht. In dem Sinne von eine Trainingskultur, egal wie die genau aussieht, dass man eben sagt, wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass qualitatives und durchdachtes, hartes Training ein ganz entscheidender Faktor für unseren Fortschritt ist. Die Wahrnehmung sehe ich hier im Großteil der Szene noch nicht. Voll. Und ich bin genauso bei dir auch zu sagen, er hat es geprägt, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Ich bin unheimlich dankbar für die Zeit, auch mit seiner Member-Seite und so. Ich war auch lange Mitglied, habe da alles aufgesogen und bin unheimlich dankbar, weil er wirklich Ansätze geliefert hat, die mich auch aus diesem klassischen Flex-Denken rausgeholt haben, was so vorher präsent war. Die Frage ist halt immer, welche Einflussmöglichkeiten hast du von außen? Und die Zeit vor dieser Jordan-Peters-Zeit war im Prinzip die Zeit noch, so dieser Übergang, so Team Andro, Flex, je nachdem, aus welchen Lagern man da so gekommen ist. Und dementsprechend begrenzt waren natürlich auch die Informationsmöglichkeiten, hier wirklich qualitativen Input zu bekommen. Das heißt, du bist immer nur so gut wie die Informationsquellen, die du um dich rum hast. Das waren sie damals und dementsprechend habe ich dann natürlich auch Filmist gemacht. Jordan war dann erstmal so wieder eine ganz, ganz erfrischende Sache, die mich extrem angezogen hat, weil sie einfach Sachen wiedergegeben hat, die mich sehr angesprochen haben, wie zum Beispiel auch mal einen Upper Lower zu trainieren oder so eine Geschichte. Frequenzgedanke, Intensität, DC habe ich dann auch natürlich probiert und so weiter. All diese Sachen, die erstmal so einen komplett neuen Horizont erweitert haben, irgendwie mal in eine Richtung zu tauchen, von denen ich halt vorher noch nie was gehört hatte. Dementsprechend habe ich da extrem viel gelernt und wende auch immer noch Sachen heute dementsprechend an. Auf der anderen Seite hat er, finde ich, die Trainingskultur auch, wie gesagt, negativ beeinflusst. Stichwort Density Day, das ist im Prinzip einfach nur Marketing, muss man ganz klar so sagen. Das ist eine coole Sache und jeder, der jetzt irgendwie einen Satz Beinkurl an seinen Rückentraining hängt, hat auf einmal gleich einen Density Day und so. Ich hatte das letztens auch in der Fragerunde so, so wann soll ich einen Density Day machen? Und dann denke ich, das sind so Sachen, da geht es halt am Ziel vorbei, weil damit wird ein Bild geschaffen, was einfach für die meisten Trainierenden nicht zuträglich und nicht zielführend ist. Density Day zu schaffen ist, wie gesagt, aus Verkaufsgründen und um die Marke Jordan Peters zu pushen, die schlauste Sache, die man machen kann, für dich und mich und wahrscheinlich 90% der anderen so einen Trainingstag zu gestalten, absolut nicht notwendig. Und dementsprechend muss man da halt immer vorsichtig sein. Wie gesagt, bei dir, bei mir, bei Jordan, bei jedem anderen, man sollte immer hinhören, man sollte aber trotzdem auch immer alles hinterfragen. So kommt man am Ende weiter. Ich habe mich schon so oft geirrt, also ich kann das über mich selber so sagen und will da jetzt nicht mal für andere sprechen, aber ich habe mich mehr geirrt, als ich recht hatte in den letzten Jahren, so in dem Sinne, wenn ich das so zurückreflektiere und immer wieder feststelle, was ich alles revidieren muss von meinen Aussagen, die ich vielleicht auch vor zwei Jahren getroffen habe oder so. Woher soll man es auch zu der Zeit wissen? Wichtig ist halt, dass man nicht stehen bleibt und diese Sachen halt mit der Zeit erkennt. Und da fallen halt ganz viele dieser Faktoren für mich wieder so mit rein, wo ich mich mit der Zeit sehr mit identifiziert habe und konform gegangen bin, wo ich jetzt aber heute sagen würde, wenn ich mir heutzutage ein Jordan Peters Video angucke, was mich damals in Ekstase versetzt hat, weil das so cool war irgendwie und dann heute gucke ich mir das Video an und denke mir so, da machst du was, also jetzt im übertriebenen Sinne, da machst du was falsch, da würde ich was anderes machen, hier ist es für nichts nicht optimal so. Ich weiß auch, dass der völlig cool damit ist und dass der einfach auch seinen Spaß haben will. Da geht es gar nicht so sehr um dieses, ich hole jetzt 10% raus, aber in dem Sinne, Ansätze ja, aber dieses extreme, dogmatische, ich lebe den Jordan Peters eins zu eins nach, das geht in die Hosen. Ja, absolut. Absolut. Das würde ich auch ganz sehr, sehr interessant. Weil der Einfluss ist ja, der ist ja sehr präsent und ich meine, Jordan Peters ist ja im Prinzip auch sinnbildlich jetzt mal so das Symbol für UK, so dieser UK-Style, so was du auch angesprochen hast und so negativ ich mich jetzt auch gerade geäußert habe, dass so cool finde ich auch genau diesen Umstand, den du vorher beschrieben hast, so mit dieser Kultur, die halt bei uns überhaupt nicht vorherrscht, wo wir jetzt Schritte in so eine Richtung gehen, uns überhaupt mal über solche Sachen auszutauschen und wo auch eine gewisse Euphorie für Training und Trainingssysteme und dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund und 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 alles da ist, dass man sich da gerne darüber austauscht und das jetzt nicht als notwendiges Übel sieht, oh ich muss jetzt mich mit meinem Training beschäftigen, sondern ich denke mir, geil, ich kann jetzt eine Stunde mit Fabian über Training quatschen, das ist das absolute Highlight heute so und das sind halt Sachen, die müssen halt erstmal auch geschaffen werden, was die Jungs da drüben halt schon echt auf einem ganz anderen Level machen. Ja eben, eben absolut und deswegen, ich würde auch sagen, also in der Summe der Dinge von der Richtung, in die er mich damals gelenkt hat, das ist ein wahnsinnig positiver Einfluss, für die Details meiner heutigen Trainingsgestaltung ist es wie ich sagen, fast gar keinen Einfluss mehr. Das würde ich auch glaube ich abschließend so sagen, aber vielleicht, ich verknüpfe mal wieder die Fragen so ein bisschen, du hast das Meinungrevidieren erwähnt und das ist auch, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema im Lernprozess. Ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren, aber ich spiele es erstmal zu dir. Immer bis zum Muskelversagen trainieren. Nein. Ich lasse das nicht so stehen, das wäre ja jetzt fies. Kosten nutzen, ganz einfache Sache. Muskelversagen bei einem Bizeps Curl, sicherlich, braucht man nicht diskutieren, ist sicherlich möglich. Auch, ja, es gibt natürlich immer Spezialfälle und so weiter, an der Hackenschmitt ins Versagen zu gehen oder in einer freien Verbundübung, steht schon in einem ganz anderen Verhältnis, was wieder systemische Belastung und auch Verletzungspotenzial und 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 angeht. Das heißt, kann ich nicht auch mit einer Rappen-Reserve in der Hackenschmitt rausgehen und den gleichen Effekt erzielen über das gesamte Training mit einer schlauen Gestaltung, wo ich vielleicht noch eine Isolationsübung am Ende habe, wo ich dann entsprechend ins Versagen gehe und und und. Also ist mein Gesamt-Training, die Gesamtqualität an Trainingsvolumen, die ich über eine Session mit verschiedenen Übungen anhäufe, nicht die gleiche, als wenn ich mich jetzt auf Teufel komm raus in einer Übung abschieße, nur damit ich mir auf die Schulter klopfen kann. Ich habe ja ins Versagen trainiert. Das ist jetzt wieder so dieses dogmatische Abarbeiten. Nein, ich trainiere ins Versagen. Ich gehöre zu diesem Camp, also trainiert man ins Versagen. Gar nicht zu schauen, wo in welcher Situation ergibt es Sinn und ist es zielführend und Gewinn bringt für mich, das anzuwenden und oder arbeite ich einfach nur wieder stupide und ein schwarz-weiß-Muster ab, so um mich in ein Camp zu zu einzuordnen. Von dem her gehe ich da ganz stark danach vor. Ich bewerte die Übung anhand von Verletzungsanfälligkeit. Das ist für mich der Nummer-Eins-Faktor, denn das ist die Sache. Du kannst auch ein Dreivierteljahr den Progress deines Lebens machen. Eine Verletzung kehrt dich halt wieder so. Und die kann dann unter Umständen auch dafür sorgen, dass du deine restliche, komplette Trainingskarriere in irgendeiner Form eingeschränkt bist. Von daher steht das allein schon, das ist für mich schon das K.O.-Argument, warum dieser Punkt rausfallen würde. Wenn es dir die Möglichkeit gibt, ich verletze mich wirklich in der Übung. Der zweite wäre die Belastungssteuerung. Da haben wir jetzt schon in zwei, drei Punkten immer so ein bisschen Anlauf drauf genommen, halt zu schauen, wie viel Belastung vertrage ich denn insgesamt und wie verteile ich die auf die Woche, auf meine Einheiten, auf meine Stärken, auf meine Schwächen und, und, und. Für mich würde es halt, wie gesagt, das beste Beispiel jetzt wieder mit den Kreuzhilfe-Variationen, geschwecktes Kreuzhilfe oder ähnliches, würde für mich einfach überhaupt nicht im Verhältnis stehen, die überhaupt erst auszuführen, geschweige denn ins Versagen. Selbst wenn ich sie machen würde, da würde ich dann wahrscheinlich auch eher eine Hip-Frost-Variante vorziehen, die viel, viel weniger systemische Belastungen hervorruft und so weiter und die dann auch gegebenenfalls gar nicht erst ins Versagen machen, weil ich es einfach nicht brauche, um zu wachsen. Jetzt muss man ja wirklich gucken, warum bist du denn im Studium? Bist du im Studium Spaß zu haben oder um Fortschritte zu machen? Beides ist völlig in Ordnung. Da gibt es kein Richtig oder Falsch und ich kreide jetzt niemanden an, jeder soll machen, was er will. Aber diese Entscheidung muss man halt einmal treffen. Und wenn es dein, wenn dein Ziel ist Fortschritte zu machen und du mit einer Rapping-Reserve vielleicht sogar besseren Fortschritte machst, weil du dich nicht abschießt, aber den Scheiter umgelegt hast, dann würde dir diese zusätzliche Versagenswiederholung eher schaden. Wenn du dann diesen Spaßfaktor da drüber stellst und sagst, nein, ich bin einfach nur hobbymäßig im Studio und ich will da meine Dämonen bekämpfen und so weiter, alles legitime Punkte, dann bin ich bei dir. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, über die man mal nachdenken sollte. Ja, das ist ein super Punkt. Also ich meine, für mich, ich musste mich im Prinzip vor zwei Monaten oder so im Rahmen von der Weiterbildung da endgültig revidieren, dass ich halt eben vorher habe ich gesagt, hey, ich setze Versagen als Standardvoraus und manage mein Volumen da drumherum, aber was ist das für eine Konsequenz, wenn ich wegen zwei, drei Sätzen wie jetzt Hackspot oder sowas halt nicht ins Versagen mache, wenn das dazu führt, dass ich wirklich nennenswert weniger Volumen regenerieren kann. Und das ist eben so ein Punkt, und da gibt es für mich auch noch so ein Doppelding. Eine Hackspot-Rap ins Versagen ist ja auch nicht die gleiche Rap ins Versagen. Du klatschst dir noch ein bisschen emotionale Musik auf die Kopfhörer und rastest vollkommen aus und dann ist das wirklich eine Rap, die nimmt dir die Seele. Und das ist wirklich und das kann für mich dann absolut darüber entscheiden, regeneriere ich die Einheit gut oder nicht, ob ich in so einem Satz dann eben die letzte Rap mache oder nicht. Und von daher ist es auch für mich gerade eben bei diesen schweren, belastenden Übungen eben so die Erkenntnis gewesen und es nimmt einem auch Druck raus. Es nimmt einem Druck raus in dem Sinne nicht, natürlich gehe ich mit einem wahnsinnig hohen Anspruch ins Training, aber diese letzte Rap ist in meinen Augen eben oftmals, gerade bei Übungen in der gedehnten Position, oftmals mehr, mehr schädlich als förderlich. Ich meine, du hast es super zusammengefasst, sowohl Verletzungsrisiko, das, was man eben regenerieren kann und auch das, was man an Muskelschaden erzeugt. Und ich meine, ich bin ja immer jemand, das schmeiße ich vielleicht auch mal dann für alle, die jetzt richtig Nerd haben wollen, das rein, was mich dann eben überzeugt hat. Das kann einen signifikanten Unterschied machen, ob man eine Rap in dieser Versorgung Übungen lässt oder nicht für den Muskelschaden. Weil letztendlich hast du ja quasi Calcium-Ionen, die in den Muskel kommen und die Kontraktion zu ermöglichen. Je länger der Satz geht, je härter er ist, umso mehr Typ-2-Muskelfasern werden aktiviertesten. Die wird in vielen Wachstumspotenzial. So, Typ-2-Muskelfasern haben aber weniger Mitochondrien, können also weniger gut im Prinzip Stoffwechselprodukte abtransportieren. Und das heißt, Calcium-Ionen kommen da rein, werden abtransportiert und gerade diese letzte Rap am Versagen kann dafür sorgen, ob zu viele Calcium-Ionen quasi im Zytoplasma verbleiben und dann eine Entzündungsreaktion auslösen oder nicht. Das heißt, ich kann quasi teilweise mit einem Rap signifikant den Schaden, den ich erzeuge, modulieren. Ich kann teilweise mit einem Rap, die ich in Reserve lasse, einen signifikanten unterlieb machen, habe ich jetzt nur einen Reiz gesetzt oder habe ich einen Reiz und eine Menge Schaden erzeugt. Und das hat mir dann auch gesagt, so, Junge, denk nach und ich war da auch stur. Deswegen habe ich gesagt, zum Thema Meinung revidieren, da war ich dogmatisch. Da war ich richtig, richtig dogmatisch. Aber umso viel Mehrwert, dass du das jetzt für dich erkannt hast, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil du ja jemand bist, der auch sehr einen Weitblick hat und wo man schon denken würde, okay, du bist doch vielleicht offen für verschiedene Ansätze, aber ich erwische mich auch selber immer wieder in verschiedenen Situationen, dass ich dann einfach doch vielleicht ein bisschen zu eingefahren bin und es mir eigentlich besser gehen würde, wenn ich da ein bisschen offener wäre. Das ist jetzt ein schönes Beispiel, was du gebracht hast und vor allen Dingen auch, was ich jetzt halt auch wieder so ein bisschen aus der Praxis denke. Man merkt, man spürt es ja auch. Also du hast eine super Theorie abgeliefert, da ich jetzt auch wieder was dazulernen konnte. Vielen Dank dafür, weil das war mir so nicht bewusst. Aber es deckt sich halt auch mit der anekdotischen Evidenz, sage ich jetzt mal, wie sich das Ganze einfach auch anfühlt. Wie stehst du zum Thema Aufhypen vor einem Satz? Das war früher auch, ja klar, Jordan Peters Einfluss zu der Zeit, Gang und Gäbe, da wirklich, wie du selber sagst, die Seele zu verkaufen für den Satz, alles irgendwie rauszuholen und noch den Lieblingstrack dreimal abzuspielen, damit es doch wirklich richtig knallt in diesem Satz und dann dementsprechend aber auch erst mal zehn Minuten auf dem Boden zu liegen. Machst du noch gezielt oder verschreibst du es deinen Kunden, in gewissen Situationen das Aufhypen gezielt zu nutzen? Also ich rede jetzt nicht von fokussieren und irgendwie gezielt an den Satz reinzugehen. Ich meine jetzt wirklich dieses Aufhypen, theoretisch, ich bin auf einem Powerlifting, ich bin auf einem Maximalleistung bringen so dieses Aufhypen. Ne, also ich glaube fokussieren ist wirklich das richtige Wort halt. Also ich muss wirklich nur sagen, also ich habe es ein einziges Mal, das Witzige ist, da habe ich es ja noch im Bild, was hier an der Wand hängt, ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gemacht, dass ich dieses Jordan Peters Ding gemacht habe, weil ich so alle negative Scheiße, die mir in meinem Leben passiert ist, das ist tagelang wie eine dunkle Wolke über mir geschwebt halt. Das war wie so Trauma ausgraben, dass man danach wieder so unterbewusst in sich drin hat und ich so, was ist das denn für ein Scheiß, wie kann man denn also das für mich dann, da habe ich gedacht so, ey sowas jedes Trainings machen am besten noch jeden Satz ist für mich krank, weil das kann man ja auch mit positivem Hype machen, mit positivem, richtig, richtig krassem Hype habe ich das auch lange gemacht. Inzwischen sehe ich das Ganze ein bisschen sachlicher. Ich kann mich auch mit meinem Trainingspartner unterhalten, noch einen Witz reißen und so weiter, kann ich auch, dann setze ich mich in die Übung rein und gebe Gas. Und für mich ist es immer so, ich sage es mal, ich denke Motivation ist ein wichtiger Faktor, aber meine wichtigste Motivation ist mein Leistungsstand, der durch das Logbuch gesetzt wird. Und wenn ich progressiv und intensiv in den letzten Einheiten trainiert habe, ist das schon Motivation genug für eine Leistungssteigerung. Weil das ist, ich sage es mal, natürlich gibt es trotzdem die Sätze, wo man es mehr fühlt. Es gibt auch immer noch die Sätze halt, wo ich denke, auch wenn ich mit Trainingspartnern trainiere halt, ab und zu mache ich mal ein ganzes Training ohne Kopfhörer, ab und zu ein ganzes Training mit, ab und zu ich mal bei ein, zwei Sätzen so, komm jetzt mach mir Musik auf die Ohren, aber das ist dann auch Musik auf die Ohren und nicht so, äh, ich raste aus, sondern eben auch nur, komm, jetzt möchte ich mal so ein bisschen in meinen Flow kommen, das fühle ich jetzt, das ist so ein bisschen hier so meine Wohlfühlzone jetzt sozusagen, auch wenn es intensiv ist, eher so, aber nicht mehr dieses Maßlose in die Fresse, sage ich mal. Bin ich bei dir. Ich habe sogar die Feststellung gemacht über die Zeit dann immer wieder, dass das sogar dazu führt, dass du weniger leistungsfähig bist, weil du einfach so durch bist mit dem Kopf, dass du deine ganzen Leistungsparameter, wie zum Beispiel die Ansteuerung oder diese ganzen Details aufrechtzuerhalten, du bist gar nicht mehr in der Lage dazu, diese Satzqualität dann abzurufen. Es ist mental so fordernd, auf einem fortgeschrittenen Status so eine hohe Satzqualität zu liefern, gerade mit hohen Gewichten, da kannst du es dir gar nicht erlauben, dich so weit mental zu verabschieden, in so einen dunklen Ort zu gehen, weil da geht es dann wirklich einfach nur darum, das Gewicht halt dementsprechend zu bewegen, was unter Umständen ja dann wieder in anderen Sportarten auch definitiv zielführend sein kann, aber für unsere Zwecke und Zielorientierung denke ich, schadet es sogar mehr, so viel Spaß es auch macht und man kann das ab und zu mal machen, sollte es vielleicht auch mal gemacht haben in seinen jüngeren Jahren und so weiter, dass man diese Erfahrungen zumindest mal teilen kann, aber in meiner praktischen Routine findet es keine Anwendung mehr. Es ist schön zu hören, weil da doch irgendwie immer rauskommen, ja. Ja, eine Sache finde ich aber noch wichtig anzumerken, weil wir gerade sowas haben im Raum stehen lassen, was jetzt wahrscheinlich wieder bei vielen, wir rufen uns immer nicht vor Augen, wer diesen Podcast oder diese Videos allgemein immer alles so betrachtet und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir trainieren nicht unbedingt immer ins Versagen, müssen wir das erstmal vielleicht nochmal richtig stellen, was ist denn eigentlich Versagen und wie sieht eine Wrap-in-Reserve aus? Also ich sag mal, wenn wir zum Beispiel davon reden, wir lassen eine Wiederholung im Tank, ist das für die meisten wahrscheinlich schon eine Wiederholung über den Versagen, so gefühlt, weißt du, was ich meine? Also so ein Trainingsanfänger, der jetzt hört, ach cool, ich muss nicht überall ins Versagen trainieren, das können wir sagen, weil wir jetzt halt irgendwie schon unsere 10 Jahre Plus auf dem Buckel haben im Studio. Als Trainingsanfänger kommt man in der Regel gar nicht ans wirkliche Muskelversagen, da versagen dann eher andere Parameter, ob es die mentale Fähigkeit ist, einfach diese Belastung auszuhalten, kardiovaskuläre Faktoren oder, oder, oder. Das heißt, da kann man schon mehr oder minder ins Versagen oder sagen wir mal öfter ins Versagen trainieren, als wir das jetzt könnten, weil einfach dieses Muskelversagen meistens gar nicht stattfindet. Bei uns, wenn wir diese Fähigkeit jetzt schon haben, das so gezielt zu steuern, dass wir wirklich ins Muskelversagen kommen würden, dann weichen wir jetzt an bestimmten Punkten unseres Trainings gezielt davon ab, um halt genau diese Amidungskumulation gar nicht erst entstehen zu lassen, was aber jetzt nicht jemanden verleiten sollte, der gerade noch am Anfang seiner Karriere steht, jetzt zu sagen, ich trainiere jetzt weniger hart, weil das muss ich ja unbedingt nicht. Das würde ich auf, das sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Eindruck entsteht und das ist auf jeden Fall wichtig, richtig zu stellen und wenn wir sagen, wir lassen eine Wiederholung im Tank, regen wir auch von einer oder einer halben und nicht von drei. So, da sind wir uns denke ich auch Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich meine auch da, ich schmeiße wieder so ein kleines Wissenschaftsding mit rein, ich erinnere mich noch eben, gab es eine Studie zu, dass erfahrenen Lifter drei bis fünf Jahre Trainingserfahrung sollten ihr 10 Rep Max im Bankdrücken, schätzen und drücken. Sie hätten auch dann, wenn sie im Prinzip sich ein bisschen festgestellt haben, jetzt auch zwölf Reps drücken dürfen halt, wenn sie gesagt haben, oh gegen mehr. Der durchschnittliche Lifter mit drei bis fünf Jahren Trainingserfahrung hatte vier bis sechs Reps in Reserve bei ihrem geschätzten 10 Rep Max und deswegen, das ist wirklich, wenn wir hier von der Rep in Reserve reden, wie du sagst, ich würde einen Anfänger das gar nicht aufschreiben, ich habe zum Beispiel auch einen Athleten bei mir, der hat auch schon einen Wettkampf gemacht, natural, der hat zehn Jahre Trainingserfahrung halt, der hat mir auch gesagt, der hat mir gesagt so, ey Fabian, du hast im Podcast über die Rep in Reserve gesprochen halt, möchte ich nicht, brauche ich mir nicht zu. Da gehe ich lieber eben an den Standard, weil ich eben weiß, hey, ich habe einen stressigen Alltag, es ist viel los halt, ich weiß eh nicht, ob ich 100% Leistung abrufen kann, dann stoppe ich mich lieber dann eben nicht zu früh und das ist eben, die meisten Menschen und das ist echt auch für jeden jetzt dazu, das ist ja keine Beleidigung oder sowas, das nehmen Leute auch immer so persönlich, wenn man über die Intensität redet oder sowas halt, überhaupt nicht, aber im Prinzip, das, ich glaube, es geht ja auch so, wir haben uns jahrelang in die Mülltonne geschossen halt, so nach einem Beintag war ich, konntest du mich drei, vier Tage wirklich wegschmeißen und zwar in allen Lebensbelangen und ich sage nicht, dass das unbedingt nötig war, aber die Jahre, wo man hier 20 Rep Squats und sonst was gemacht hat halt, man hat halt auch einen guten Standard, was ist denn Muskelversagen und was nicht und den muss man sich erstmal erarbeiten und verdienen, man muss erstmal diese Intensity Basis setzen, dass ich eben weiß, was sind denn 100%, weil auch heute ist es immer noch für mich schwer zu sagen, ist es eine Halbe, ist es eine, ist es eine Halbe, selbst jetzt ist es noch schwer zu treffen und das würde ich, das würde ich dann nicht riskieren und da würde ich glaube ich auch für jeden Anfänger eher meinen alten Ansatz wählen sozusagen halten und erstmal mit maximaler Intensität drangehen, natürlich korrekte Technik unbedingt, aber maximale Intensität und dann erstmal das Volumen darum herum modulieren und dann irgendwann den anderen Weg gehen, wenn man sicher ist, dass man die passende Basis hat. Super, super spannend. Ich würde mir auch nicht anmaßen, in meiner jetzigen Situation beurteilen zu können, ob ich ein, zwei oder drei Reps im Reserve bin. Deswegen ist dieses System für mich eigentlich auch schon fast hinfällig, weil ein Anfänger kann es sowieso nicht und selbst wir haben schon Probleme damit. Das heißt, wirklich einen Plan abzuarbeiten, wo ich sage, ja, ja, das waren jetzt ganz, das ist ja zwei Reps im Reserve, so, da täuscht man sich, weil wenn man dann wirklich mal ans Versagen geht, täuscht man sich ja manchmal sowas von, wenn man denkt, okay, ich hätte jetzt gedacht, das wäre schon viel früher vorbeigewiesen oder auch, ich hätte jetzt gedacht, da gehen noch zwei. Und dahingehend ein System so auszulegen, das wirklich akkurat nach einem Plan mit Wochenmuster und so weiter einschätzen zu können. Also, vielleicht komme ich noch da hinten, vielleicht erwartet das noch in den nächsten zehn Jahren auf mich, diese Trainingsqualität, dass ich das dann einschätzen kann. In der jetzigen Situation würde ich es mir nicht anmaßen, sagen zu können, ich kann nach diesem System trainieren, weil ich es einfach überhaupt nicht einschätzen könnte. Ja, absolut, absolut. Also, ich baue es gerade für mich ein, aber es ist eine Challenge. Ich merke die positiven Effekte, aber es ist eine absolute Herausforderung. Ich bin da halt auch eben so, bevor ich es irgendwie anders aufschreibe, egal wie viel Sinn die Theorie für mich ergibt, wird das von mir erstmal in die Praxis umgesetzt und dann gucke ich halt mal eben, wie kann ich denn damit arbeiten. Und dann kann ich nicht nur ableiten, macht es Sinn, was auf dem Papier steht, sondern ich kann auch ableiten, für wen macht es Sinn. Und wie du sagst, das ist eben Szenario abhängig halt. Das ist vielleicht auch, das will jetzt für heute in den Rahmen springen, aber das ist auch für mich so ein Thema eben, Leute denken dann so, das gab es bei DC-Trading, gab es dann immer so, ja, das ist der Plan für Fortgeschrittene und jeder Anfänger denkt, ja, ich muss den Fortgeschrittene einen Plan machen, weil dann wachst du ja bestimmt doch schneller wie mit dem Anfängerplan. Nein, nein, es gibt Gründe, warum man Anfänger Fortgeschrittene und Weitfortgeschrittene definiert. Aber ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich habe hier noch ein, zwei Fragen, aber ich glaube andersrum, ich glaube, du hattest noch eine Frage, wo du gesagt hast, die wir diskutieren können, die wahrscheinlich recht umfangreich wird. Ja, ich habe zwei. Die erste, wir haben jetzt gerade schon öfter mal festgestellt, dass wir ganz oft auf einen Nenner kommen. Jetzt wäre natürlich eine super interessante Frage, um auch mal ein bisschen stumpf zu machen. Gibt es Sachen, die du vielleicht auch bei mir schon gesehen hast oder wahrgenommen hast oder die Äußerungen, die ich vielleicht schon mal getroffen habe, wo du überhaupt nicht konform mitgehst, wo du sagen würdest, das siehst du komplett anders oder in meiner Trainingsgestaltung, Ausführung, irgendeinen Parameter weil wir jetzt gerade in diesem Trainingswohnzimmer hier sitzen sozusagen, wo du sagen würdest, da hast du eine komplett andere Sicht. Das würde ich mal spannend finden. Also eine komplett andere Sicht, ich müsste jetzt mal drüber nachdenken. Oder wo würdest du am ehesten abweichen? Weil ich glaube, ja, es ist natürlich eine reißerische Frage, die werde ich wahrscheinlich auch als Clickbait in den Titel hauen, aber das hat Fabian beim Training auszusetzen oder so ein Blödsinn, aber zumindestens vielleicht irgendeinen Punkt, wo wir sagen so, hey cool, hier können wir mal verschiedene Ansätze gegeneinander stellen, wo wir vielleicht durch unsere Erfahrungswerte oder so auf andere Nenner gekommen sind. Also ich würde, sagen wir es mal so, ich würde 90 Prozent oder ich würde glaube ich keinem das freie Langhandelsschulertrund und Sitzend reinschreiben, weil es so ein hoher Stabilisierungsaufwand ist. Ich tue mich aber schwer, dich dafür zu kritisieren, weil das Ding bei dir aussieht wie an der Multipresse gezogen. Das wäre jetzt aber zum Beispiel irgendwo, ich sage, da ist so viel Koordinationsaufwand für mich, dieses Ding da rauszuholen und dann auch zu stabilisieren und so weiter. Das sind so, das ist mal die Übungen, das ist halt so, ich sage es mal, viele Übungen, die du frei machst, würde ich inzwischen wahrscheinlich gerade für Fortgeschrittenathleten nicht mehr frei verschreiben, aber da ist halt eben auch, sag ich mal, die Bewegungsqualität eben trotzdem so hoch, dass ich sage, hey, es sieht jetzt für mich nicht so aus, selbst am Versagen, als hätte es zu viel Arbeit bestabilisieren, sage ich mal. Das wäre jetzt eins, also ich meine, wie gesagt, ich glaube also mit dem zweimal Training am Tag, das würde ich schon so sehen, dass ich denken würde, das würde ich, man könnte man in meinen Augen nur so gestalten, dass es den kleinsten möglichen Nachteil zu einem Einmalabentraining am Tag bringt halt. Aber ansonsten müsste ich jetzt auch, es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Frage. Wenn ich jetzt in den letzten Podcast zurückdenke, das ist vielleicht die Kleinigkeit, die mir jetzt gerade noch kommt, da hast du gesagt, du würdest immer quasi Push-Lex-Pull trainieren, nicht die beiden Oberkörper-Attacke hintereinander. Das würde ich jetzt auch in den meisten Fällen, so lange keine Vorbelastungen sind, unproblematischer sehen, aber ich meine, es sieht jetzt schon jeder, der Zuhörer, ich tue mich hier schwer, jetzt hier in den kleinen Feinheiten. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich über deinen genauen Trainingsplan drüber gucken. Also, was mir jetzt noch so spontan einfällt, also ich würde dich wahrscheinlich wirklich zwei, drei Sätze Beuger pro Woche trainieren lassen, statt sechs und noch mehr Kapazitäten für andere Sachen rausräumen. Aber ansonsten ist es relativ drin. Wahrscheinlich, wenn die Leute Bock drauf haben, können sie es ja auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir auch mal eine Folge machen, wo wir es ultranötig machen. Wir nehmen uns gegenseitig unsere Trainingspläne auseinander, was wir bei mir als anderen anders machen würden. Das wäre doch nochmal ein witziges Spiel. Das wäre doch cool. Das wäre nochmal ein witziges Spiel. Weil da finden wir vielleicht noch mehr. Finde ich super. Gerade auch in diesen Details, weil ich glaube, es geht gar nicht so sehr um dieses große Ganze, sondern am Ende sind es dann doch eher die Feinheiten, wo dann natürlich doch dann eher wieder der Kontext irgendwie durchschwingt. Weil gerade beim Schulterdrücken zum Beispiel, das höre ich unglaublich oft, bei mir ist einfach der Umstand, ich habe keine Schulterpresse, die für mich a gesundheitlich irgendwie langfristig durchführbar ist und ich habe auch bei keiner anderen Übung, ob du es glaubst oder nicht, so ein Gefühl in den Schultern wie beim freien Langhandeldrücken. Und ich habe einfach, egal, ich war jetzt gerade in den letzten zwei Jahren überall auf der Welt unterwegs und habe in den besten Studios überhaupt trainiert und habe jede Maschine wie angefasst, die ich noch nicht kannte und ich bin nicht aus einer Maschine rausgegangen, wo ich gesagt hätte, ich kriege da das gleiche Belastungsumfinden hin, wie jetzt beim freien Drücken. Dass das mittlerweile aussieht wie in der Multipresse, ist auch einfach nur der Umstand, dass ich das Ding seit zehn Jahren so mache und dass ich da dementsprechend schon perfektioniert habe, wie hebe ich es raus und, und, und. Weil man kann natürlich hier extrem viel minimieren, was, wenn es darum geht, ja, es ist schon spät, wenn es darum geht, hier Kraft oder Potenzial zu verschenken, alleine schon beim Rausheben und diese ganzen Geschichten. Das gleiche Beispiel, heute erst wieder im Training gemacht, nach langer Zeit mal wieder, ich trainiere jetzt wieder regelmäßig im Bunker in Berlin. Wirklich ein tolles Studio mit einer großartigen Atmosphäre und vor allem auch von der Geräteauswahl definitiv das beste Studio in Berlin. Ist von der praktischen Seite aus ein bisschen umständlich immer für mich, weil ich muss eine Stunde hinfahren, dann muss ich 15 Euro Parkgebühren pro Training bezahlen und so weiter, weil das so ein Hotspot ist. Also so von der Infrastruktur jetzt nicht so das geilste Studio für mich, aber halt einfach von der Sache her so. Deswegen mache ich bestimmte Einheiten, wie jetzt zum Beispiel das Brusttraining schon dort, weil da steht halt unter anderem zum Beispiel diese Gymnacopresse, die ich sehr gewinnbringend für mich nutzen kann, wo ich im Gold eher aufgeschmissen bin. Dementsprechend gibt es da neue Kurzhanteln, die haben jetzt schwere Kurzhanteln gekauft und auch den ganzen Kurzhantelbereich aufgemöbelt. Vorher war ich immer an der Multipresse, von Zybik sicherlich auch keine schlechte Wahl, da will ich mich aber nicht beschweren. Ich muss dir aber ehrlich sagen, auch genau wie beim Kurzhanteldrücken, wahrscheinlich auch eine Übung, wo du jetzt wahrscheinlich wieder sagen würdest, würdest du in der Theorie mir jetzt erstmal nicht verschreiben. Bei keiner anderen Brustübung kriege ich dieses Belastungsempfinden in die Brust, dass ich halt wirklich sage, ich hole aus wenigen Sätzen so viel raus. Und deswegen, natürlich könnte man argumentieren, sich eine 80er ans Gesicht zu schmeißen, ist jetzt nicht so ökonomisch von der Trainingsgestaltung und auch die systemische Belastung, die das Ganze wieder mit sich zieht und und und. Die Zeit, die Übung aufzubauen. Ich habe damals mal so einen Begriff geschaffen, der nannte sich Minusübung. Wie zum Beispiel Hip-Thrust, wenn du mehr Energie oder Ressourcen verschwendest, die Übung aufzubauen, als die Übung selber durchzuführen, ist das für mich immer eine Minusübung so. Weil es steht einfach fast nicht im Verhältnis. Also zum Beispiel Hip-Thrust an der Multipresse, relativ easy oder an der Maschine. Freie Hip-Thrust in einem Studio aufzubauen, wo du keine richtige Hip-Thrust hast, da brauchst du kein Cardio machen an dem Tag. So in dem Sinne. Und bist halt schon völlig fertig, bevor du deinen ersten Satz machst. Und das geht schon alles so ein bisschen in die Richtung. Am Ende gucke ich dann aber doch wieder, Mann, ich habe das jetzt heute nach Ewigkeiten mal wieder gemacht und das Belastungsempfinden auch wieder so, wo ich mir denke so, du kannst mit aller Theorie der Welt irgendwie kommen, warum was irgendwie besser ist, aber es gibt halt auch einfach Sachen im Training, die spürst du halt einfach so. Und das ist so eine bei mir und da trifft halt das Schulterdrücken genauso rein, wie zum Beispiel auch das kurze Bild. Und da muss man halt aber auch eben andersrum sagen und das ist mir ja auch mal wichtig, jetzt für jeden als Kontext zu geben halt. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sag Fabian, schreibe mir den Trainingsplan und ich stelle auch grundsätzlich immer die Frage, welche Übungen willst du auf jeden Fall haben, welche auf keinen Fall. Und wenn du mir sagst, hey, die auf jeden Fall und dann fühlst du es eben nicht so aus, sondern das Ding fließt, dann würde ich auch nicht anfangen mit dir zu diskutieren. Deswegen, wir reden so von solchen Feinheiten, wo ich halt sagen würde, also für jeden, der jetzt zuhört, das Konzept wäre jetzt einfach nur, dass stabilisiertere Übungen für fortgeschrittenere Athleten in den allermeisten Fällen sinnvoll sind. Aber erstens Individualität und zweitens nichts schlägt die Präferenz. Und wenn es jetzt auf dem Papier deutlich besser wäre, dass du zum Beispiel in der Schrägbank beide Übungen, in der Multipresse beide Übungen machst halt. Alleine schon, wenn du jedes Mal reingehst und denkst, du bist abgefuckt. Ich kann die beiden Übungen, die ich liebe und in denen ich 100% flüssig bin, nicht machen. Alleine schon das wäre den Preis nicht wert. Und deswegen, deswegen reden wir von Feinheit dabei. Bevor wir zur zweiten Frage gehen, muss ich dir die Frage zurückstellen. Wo hast du denn größere Abweichungen oder wo siehst du potenziell, welche? Super schwierig. Super, super schwierig. Ich habe mir natürlich da auch dahingehend Gedanken gemacht, weil wenn ich dir die Frage stelle, über Punkte nachgedacht, wo ich denn vielleicht anecken könnte. Für mich wäre dann so diese Überlegung, weil ich es einfach bei mir selber gespürt habe, dass du als so weit Fortgeschrittener immer noch so einen relativ niedrig angesetzten Split favorisierst, wo man ja doch immer schon merkt, ab einem gewissen Zeitpunkt einen Vierer zumindest, muss ja jetzt kein Fünfer oder Sechser sein, aber zumindest in einen Ansatz zu gehen, wo ich gezielter Muskelgruppen angehe, hat sich ja einfach in der Praxis bei vielen, bei mir auch selber schon als gewinnbringend gezeigt, wo ich mir halt überlegen würde, hast du es denn mal probiert? Bist du diesen Ansatz mal gefahren, um zu schauen, ob du da weiterkommst? Also ich würde sagen, boah, also höher als Push-Pull-Lags bin ich jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre nicht gefahren, würde ich sagen. Also ich komme aus Vierer und Fünfer-Split, nie Sechser-Split, ich komme aus Vierer und Fünfer-Split, aber ich würde sagen, so muss ich auch andersrum eindeutig so sagen, in den Jahren jetzt, wo ich den meisten Fortschritt gemacht habe, habe ich es auch nicht mehr gemacht. Und deswegen, das ist jetzt eine Kritik, selbst keine Rechtfertigung für mein System, sondern eben auch andersrum, man könnte es da eben auch immer so sagen, klar, wie gesagt, die beste Theorie ist nichts wert, wenn es eben nicht in der praktischen Umsetzung ist und dementsprechend, ja, also könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich es quasi auf Praxiserfahrungen sozusagen abgewiesen habe. Also ich schreibe auch zum Beispiel Athleten, die jetzt weniger fortgeschritten sind, auch höheres Blitz, wenn sie das wollen, mache dann aber oftmals Erfahrungen, das, wenn ich es runtersetze, da würde ich sagen, also bei Athleten habe ich die Erfahrung, den ich dann erstmal so geschrieben habe halt, so einen klassischen Fünfer, weil sie von da kamen halt, so ein bisschen Volumen angepasst, Übungsauswalt angepasst und so weiter. Und dann irgendwann gesagt, wollen wir es nicht mal versuchen und dann oftmals recht positives Feedback bekommen, aber muss ich auch sagen, ich selbst kann es nicht bestätigen, zumindest nicht auf meinem jetzigen Erfahrungslevel halt. Habe mit Vierer und Fünfern gute Erfahrungen erzielt, aber jetzt auf meinem jetzigen Level von Ausführung und Präzision noch nicht angetestet. Ich denke, da gibt es auch gar kein richtig oder falsch. Bei mir war das einfach so der Umstand, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich kriege das nicht mehr wegregeneriert in der Konstellation und bin dann halt immer ein Stück weitergegangen, wogegen ich mich auch echt lange gesträubt habe, weil halt diese, es macht einfach mehr Spaß, niedrigfrequenz, hochfrequent für mich zu trainieren. Deswegen auch dieses Oberkörper, Unterkörper war damals mein System und da werde ich auch sofort wieder hin zurückgehen, wenn ich nicht mehr wirklich mit dem Leistungsgedanken trainiere, wie ich jetzt trainiere, sondern das wahrscheinlich doch dann eher so in die Hobbyrichtung geht. Aber ich habe dann einfach für mich festgestellt, dass dieses, zum Beispiel jetzt mache ich halt wie gesagt ein Fünfer-Split, dass das jetzt in der jetzigen Situation einfach so viel besser funktioniert. Und ich denke aber auch, dass man sich nicht verleiten lassen sollte, jetzt zu denken, das ist jetzt dogmatisch insgesamt besser, sondern, dass es an einem bestimmten Punkt deiner Körperzusammensetzung, deiner Kraftwerte und, 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 besser. Das heißt, man sollte schon so lange wie möglich, denke ich auch hier gerade wieder mit der Theorie gehen und versuchen, wirklich diesen klassischen Weg zu gehen. Ich mache erstmal einen Ganzkörperplan, dann mache ich vielleicht, wenn das nicht mehr geht, einen Oberkörper, Unterkörper, dann gehe ich auf einen Dreier, dann gehe ich auf einen Vierer und dann irgendwann, wenn du dann halt deine 15 Jahre auf dem Buckel hast und dementsprechend fortgeschritten bist, für 90 Prozent wahrscheinlich wird das so hinhauen. Es gibt immer individuelle Umstände, die da dagegen sprechen können, wie jetzt zum Beispiel bei dir, ein bisschen Paradebeispiel. Aber alle anderen, die auf deinem Level sind, sagen wir mal, wenn wir mal so durch die Bank durchgucken, was jetzt mal so die anekdotische Evidenz sagt, die werden wahrscheinlich irgendwo in einem Bereich von Vierer bis Sechser liegen, wie auch immer, mit extremen Ausschlägen, so, ne, genau. Ich sage mal so, solange du deine Fortschritte machst und damit hast du dir die Antwort auch wieder selber gegeben, ob das richtig oder falsch ist, ist das das Richtige. Also von dem her stellt sich gar nicht die Frage, es war nur so der einzige Gedankengang, wo ich mal so überlegt hätte, Mensch, sonst würde mir echt wirklich nichts einfallen, wo ich sagen würde, da hätte ich mal drüber nachgedacht, deswegen hat es mich auch, ich wusste aber auch nicht, wie deine Meinung dazu ist, also hätte ja auch sein können, dass du sagst, du hast es schon tausendmal probiert, auch jetzt gerade, vielleicht vor kurzer Zeit, was ich nicht mitbekommen habe oder so, deswegen war es umso interessanter jetzt auch für mich so den Hintergrund zu erfahren. Also ich muss, also was ich dir sagen, also was ich dir sagen kann ist, von, ich habe jetzt gerade noch in dieses Jahr extrem viel in Weiterbildung reingesteckt und das hat mich einfach noch weiter von dem Gedanken weggebracht, konzeptionell, vom Bock her, mal wieder einfach einen Tag lang vier Brustübungen oder sowas halt zu machen halt, von der Freude beim Gedanken her, die wäre auf jeden Fall da und das kann auch gut sein, dass ich irgendwann mal sage, hey, was ich in meinem Kopf denke, was optimal ist, hin oder her halt, wir müssen da auch immer sagen, bei vielen Themen, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich vielleicht bei dir anders sehe, da reden wir von 0,5%, 0,1% und jede einzelne Faktor, die ich gerade irgendwo nicht kritisiert habe, aber vielleicht erwähnt habe halt, wären auch alles Faktoren, die ich trotzdem, wenn ich einen Plan für dich schreiben würde, sozusagen auch akzeptieren würde, wenn du sagst, hätte ich gerne so, nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, ey, nee, da kann ich jetzt aber nicht in meinem Konzept arbeiten, wenn du das willst, ne, also, Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Punkte, die wir bei dem anderen vielleicht irgendwie, ich sag mal, in Frage stellen würden, die Punkte sind, wo wir den wenigsten Kontext von dem anderen haben. Ja, weißt du, was ich meine, wo man die ums, weil, als wir uns beide jetzt gegenseitig die Erklärung geliefert haben, warum wir vielleicht bestimmte Sachen so machen, wird halt, weil vieles klar, dann sagt man ja, okay, in der Situation, ja, dann ist das schlüssig so, ne, ähm, finde ich wieder witzig zu hören, aber auf der anderen Seite, auch immer nicht nur an dich, sondern auch an alle Zuhörer, die Challenge, ich bin immer super hungrig für solchen Input, auch, dass mich mal jemand halt herausfordert, dass man halt mal wirklich sagt, ey, diese Sache, die du machst, ist Mist und das jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, wir sind doch nicht aufs Zucker, man kann doch mal offen reden und sagen, du, pass mal auf, ich denke, das, was du da machst, ist absoluter Blödsinn, so, ne, das ist nur wieder eine Möglichkeit, besser zu werden, dass, auch, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass man das immer Sachen emotional nehmen muss und man ist gleich beleidigt und persönlich und so weiter, das ist doch wieder eine geile Möglichkeit, besser zu werden, respektierst und wieder in eine andere Richtung denkst, deswegen, für dich, jederzeit, wenn dir mal irgendwas auffällt oder auch jeder da draußen, ähm, der dementsprechend so einen Input liefern kann, auf einer gewissen Augenhöhe, so, dass man auch wirklich sagen kann, pass auf, dieser und dieser Parameter und jetzt nicht nur so, das ist blöd, x Punkt, sondern vielleicht auch noch eine Erklärung, wäre natürlich in dem Sinne schon irgendwie so ein Gedankengang oder so, mitzuliefern, ist immer mehr als herzlich willkommen, weil nur so kann man besser werden und, ähm, auch mal seine eigene Gedankenwelt verlassen, ne? Ich sehe das genauso und ich finde Diskussionskultur ist wahnsinnig wichtig und das ist halt, ist aber auch ein Problem, was ich sehe eben, Diskussionskultur, nicht, äh, ihr mit eurem scheiß Low-Volume-Training oder sonst sowas halt, ne? Sondern, hey, es ist vollkommen okay, du darfst es anders sehen, du musst mir auch nicht eine wissenschaftliche Begründung mit zehn Studien liefern halt, ne? Aber diskutieren heißt, Meinungen austauschen und ich sag mal, dass man sich austauschen kann, dass man diskutieren kann und ich finde das super geil, eben auch kontroverse Meinungen zu haben, muss man auch eine Argumentationslinie haben und nicht einfach nur, fühlt sich so an, finde ich so. Dann ist halt die Diskussion erlegt. Haben wir schon immer so gemacht. Dann empfindest du das so, dann ist es auch okay, das spreche ich dir auch nicht ab, aber dann haben wir halt nicht so rüber sozielt Argumente hin und her schmeißen können, ne? Das ist halt immer das Schwierige dabei, ich gebe dir vollkommen recht, ja. Ja, cool. Danke dir. Ja, das hat mich auf jeden Fall interessiert. Mach gerne noch die letzte Frage, ich hebe mir die andere fürs nächste Mal auf. Ich hatte ja zwei Fragen, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf, dann lass uns gerne noch eine Zuschauerfrage machen, auch als Dankeschön, dass sich die Leute so zahlreich beteiligt haben. Vielleicht, du passt gut systemisch rein, ist auch, glaube ich, jetzt nicht zu umfangreich. Warum Training mit Übungen in der Kontraktion beginnen und später Übungen in der gedehnten Position machen? Bin ich super gespannt, was du sagst. Also im Prinzip ist es auch hier wieder für mich ganz einfach so, Übungen in gedehnten Positionen erzeugen mehr Muskelschaden. Daher ist es vielleicht auch wieder wichtig zu sagen, Muskelschaden ist nicht mechanisch. Also der Muskelschaden entsteht nicht, weil der Muskel hier gedehnt wird zu sagen, sondern das ist auch wieder ein Thema dieser Calcium-Ionen, die ich vorhin erwähnt habe, von denen eben in gedehnten Positionen mehr in den Muskel reinkommen. Der Muskel kann sie nicht abtransportieren, dadurch entsteht eine größere Entzündungsreaktion als in der verkürzten Position. Und das lässt sich auch recht einfach machen im Prinzip. Das kann ich dir jetzt sagen, wenn ich dir jetzt sage, mach ein RDL bis zum Muskelversagen oder mach ein Beinbeuger liegen bis zum Muskelversagen, wo erwartest du dir den größeren Leistungseinbruch im zweiten Satz? Die Frage ist selbstverständlich beantwortet. Und dementsprechend ist es einfach nur so, in der Summe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Butterfly nehme, wo ich die Kontraktion hinten rauslasse, oder andersrum, nee, noch besser, ich nehme eine einbeinige Beinpresse, Fuß ein bisschen höher, schöner Glutfokus und ich nehme Glutbridge. Wenn ich erst die Glutbridge mache, dann wird die Beinpresse überhaupt nicht darunter leiden. Wenn ich aber erst die Beinpresse mache, dann wird die Glutbridge auf jeden Fall darunter leiden. Das heißt, in der Summe der Dinge erziele ich einfach nur quasi, wenn ich von verkürzt zu gedehnt gehe und nicht andersrum, mehr Output über die Summe der Übungen. Was aber auch nicht heißt, dass es Szenarien gibt, wo man das nicht auch anders machen kann. Und genau da würde ich nämlich einhaken. Das ist genau der Punkt. Jetzt kommt wieder darauf an, wie seid ihr entwickelt, welche Bereiche wollt ihr forcieren, welche wollt ihr priorisieren und dahingehend, das Programmdesign so zu gestalten, was möchte ich denn erreichen und wo sind für mich wirklich gewinnbringende Übungen, die ich wie aneinander reihen kann. Zwei andere Punkte, die ich aber gerne noch mal einbringen würde, ist, gedehnte Positionen kann man jetzt nicht so über den Kamm scheren, aber sind in der Regel schon Übungen, die sehr verletzungsanfällig sind im Vergleich zu kontraktionsbasierten Übungen. Das heißt, die an erster Stelle im Training auszuführen mit der vollen Leistungsfähigkeit, kann unter Umständen vielleicht ein höheres Verletzungspotenzial mit sich bringen, als die in einem schönen, aufgewärmten Zustand an zweiter Stelle zu machen. Und die nächste Sache ist, gerade für Leute, die so Schwachstellenbereiche haben oder noch Probleme haben, aufgrund der fehlenden Trainingsjahre einfach schon Übungen anzusteuern oder Muskeln anzusteuern, dass kontraktionsbasierte Übungen natürlich für das Muskelempfinden viel, viel zuträglicher sind. Das heißt, es kann erst mal helfen, so ein Muskel zu aktivieren oder zu spüren, was dann wieder helfen kann bei einer gedehnten Übung mit einer gedehnten, wo die gedehnte Position im Fokus steht, an zweiter Stelle dann diese Übungen einfach noch gewinnbringender für die wirkliche Zielmuskulatur zu nutzen. Ja, dieses klassische Beispiel, ich mache erst einen Butterfly und mache dann meinen Schräg mal kurz an der Drücken, kann unter Umständen für gewisse Personen zielführend sein, wenn ich sonst die Brust einfach nicht treffe. Was bringt dir die beste, schwere Übung, wenn ich dann doch nur aus der Schulter und dem Trizeps drücke? Wenn der Butterfly vorher aber dazu fühlt, dass ich endlich mal die Brust benutze, die ja so hinterherhängt, kann das für bestimmte Personen definitiv eine Sache sein. Da ist es jetzt wieder schwer, über einen Kamm zu stellen, weil die Frage war jetzt so gestellt, als ob man das immer so machen müsste, was ich auf gar keinen Fall sagen würde. Es kann aber definitiv andere Anwendungsszenarien geben, wo dieser Umstand auf jeden Fall treffend ist. Ja, und ich würde auch sagen, es hängt ja wieder vom Gym ab und so weiter, auch wie du sagst, vom Forschungsstand. Ich meine, deswegen, wie sollen, ich meine, das, was wir jetzt in Zukunft vielleicht noch an Unterschieden geben werden, das wird so minimal sein, weil du jetzt einfach nur eigentlich perfekt noch die Ergänzungen liefert hast, die wirklich absolut wichtig und wertvoll sind halt. Da können wir uns nur die virtuelle Hand drauf geben und keine unterschiedliche Meinung haben mal wieder. Aber grundsätzlich würde ich eben auch sagen, wenn es abbildbar ist, dann ist es eine sinnvolle Entscheidung, aber es ist alles andere als ein Muss. Und das ist eben, was abbildbar ist, mein Beispiel, wenn ich weiß, ich will heute meine Gluts trainieren, dann auf jeden Fall immer eher mit einer Glutbridge oder mit einer Hiptrust einzusteigen, als mit einem RDL und mit einer Beinpresse, das ist immer eine sinnvolle Entscheidung in meinen Augen. Indiskutabel immer so für mich. Aber es gibt auch genügend andere Sachen, wo ich sagen würde, hey, wenn du jetzt irgendwo einen Ganzkörperplan trainierst, dann würde ich einen Anfänger lieber einfach nur zwei Drückübungen in der gedehnten Position oder einfach nur zwei schwere Drückübungen, Brustdrückübungen mit automatisch der gedehnten Position, als darüber nachzudenken, ob er jetzt noch eine gedehnte Position braucht und wo die sein sollte, vollkommen irrelevant. Das ist sowieso, was ich immer mehr beobachte. Die Leute haben die absoluten Basics der Trainingsgestaltung gar nicht auf dem Schirm, können die aber genau sagen, welche Position irgendwo gedehnt und kontrahiert und was weiß ich nicht ist. Wo wir beide uns wahrscheinlich als allerletztes Gedanken darüber machen, das fließt natürlich schon irgendwo mit ein, ist aber nicht der Hauptbeweggrund. Also ich suche meine Übungsauswahl, richtet sich jetzt ja nicht, ach Mist, da brauche ich ja noch eine kontrahierte Position und da habe ich ja noch die gedehnte nicht, das müsste ich dann so. Das ergibt sich dann mehr oder minder von selber und da gibt es noch so dieses Fightuning, wo vielleicht noch eine Sache umgestellt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach Mist, den Plan kann ich ja jetzt nicht machen, weil da fehlt jetzt noch eine gedehnte Position oder so. Da ist dann eher dieses subjektive Empfinden auch so, wie Gewinn bringt, ist eine Übung für mich, kann ich mich da langfristig steigern, verletze ich mich da nicht, hat mein Studio überhaupt die Kapazitäten, mir so eine Übung bereitzustellen und und und. Viel, viel wichtiger als diesen Haken zu setzen, ich habe eine gedehnte Position gemacht. Eben, genau, genau, ja. Und deswegen, ich habe eher einen schwachen Beinbeuger, Beinbeuger im Sitzen, ist das Mittel der Wahl für mich, der Beintag beginnt mit einem Beinbeuger im Sitzen, das ist mir sowas von kack, egal ob das eine gedehnte Position ist oder ich denke überhaupt nicht drüber nach, das ist für mich einfach diese vollste Entscheidung, ja. Großer Rundumschlag hier. Schönes, schönes Schlusswort, bei aller Theorie und allem Fachgequatsche, was wir immer so machen, dann doch halt mal auch wieder zu dem, zu dem Schluss zu kommen, manchmal ist auch einfach wieder die Praxis nicht, das sollte man nie aus den Augen verlieren. Absolut. Cool. Fabi, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, war definitiv wieder, wie gesagt, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, war ein sehr gewinnbringender Austausch für mich persönlich, ich glaube auch für die Zuschauer, ihr könnt gerne in die Kommentare hauen, wie es euch gefallen hat und ich würde vorschlagen, wir sammeln auch, ja, das wir in der nächsten Folge machen, steht denke ich außer Frage, die könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare hauen, Input, Ideen, Fragen, alles was wir so bequatschen können, wo wir beiden vielleicht gar nicht mehr drauf kommen, haut das gerne unten rein und dann werden wir das alles sichten und dann beim nächsten Mal dementsprechend den Angriff nehmen. Ja, wird zu noch was loswerden? Wo kann man dich unterstützen? Ganz wichtig, weil ihr merkt schon, ich sag schon, ihr habt jetzt anderthalb Stunden lang gemerkt, was für eine Hau da hinter dem Lieben Fabi steckt. Fabi macht nicht nur Coaching, sondern ihr könnt ihn auch bei Gannikos unterstützen, von daher hau gerne mal alle deine Kontaktpunkte raus und ja, wie man da dazu beitragen kann, dass du dein Wissen noch mehr mit uns teilen kannst, weil die Leute haben sich ja mal gar nicht so auf dem Schirm. Wenn ihr mit Fabis Code bei Gannikos zum Beispiel eure Supplements bestellt, sorgt das wieder dafür, dass Fabi auch mehr Zeit dazu hat, solche Podcastgeschichten hier aufzuzeichnen und und und. Das heißt, ihr spart nicht nur bei euren Produkten, sondern könnt im Umkehrschluss auch wieder dafür sorgen, dass mehr Content an den Start bekommt, dass die Sponsoren auch dementsprechend mehr Budget locker machen, dass wir solche Videos drehen können und und und. Von daher tut ihr uns damit eingefallen. Ich danke dir vielmals, weiß ich sehr zu schätzen, also genau, wer bei Gannikos supporten möchte im Shop Code Fabian, das ist immer sehr willkommen. Ich bin natürlich auch noch auf der Welt, auf dem Ritten in die Welt hier, arbeite noch parallel, wie du sagst, sowas schafft mehr Kapazitäten, schafft mehr Zeit, eben Coaching-seitig, für meine Find-B auf Instagram, FA91-Coaching, im Prinzip sowohl, sowohl für eine reine Trainingsbegleitung, wer das eben möchte, habe jetzt auch mehr und mehr angefangen, mich auf fortgeschrittenen Athleten einfach noch Trainingsseitig zu betreuen, als auch eben im Coaching, auch in einem Lifestyle-Coaching zusammen mit Gannikos, alles Anlaufstellen, im Prinzip, es gibt wöchentlich, nicht vergessen, eben, wer es auch die erste Stunde nicht gesehen hat, Gannikos Progress kommt jeden Sonntag auf YouTube raus, entweder Einzelfolgen von mir oder eben auch Gespräche wie unser erstes Gespräch, wo ich eben auch im Prinzip diese Trainingskultur prägen möchte und von daher ist für mich eben so das Wichtigste, klar, der Support auf Social Media, aber das Wichtigste ist mir auch für alle Leute, lasst unter diesen Formaten hier ein Like da, lasst ein Abo, abonniert den Kanal und kommentiert das Ganze, zeigt einfach nur, dass wir diese Kultur hier auch wirklich willkommen heißen, dass wir eben wirklich hier einen Wechsel sehen wollen, dass wir hier sehen wollen, Leute, Training ist geil, sich darüber auszutauschen ist geil und das Ganze macht Spaß, weil wie du sagst, das ist für mich, das ist für mich keine Arbeit oder sonst was, das hier könnte ich auch noch zwei Stunden länger machen und von daher einfach auch für mich zu sagen, das war für mich genauso gewinnbringend, das ist mir jedes Mal eine Freude, ich freue mich auf die nächste Runde. Schöne Schlusswort, Fabi, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.